Edward Graham, Sir Arthur Conan Doyle Sherlock Holmes und das Rätsel am Spieltisch Seine weltberühmten Abenteuer Folge 20 Gelesen von Peter Bozek Erstes Kapitel Drei Telegramme Mr. Sherlock Holmes, Baker Street, London Sofort abreisen Erwarte sie morgen Abend Monte Carlo Hotel Paris Wenn nicht pünktlich dort, werde Opfer eines Verbrechens werden Retten sie ihren Freund Frederick Woodville Sherlock Holmes stand in seinem Schlafzimmer vor einem kleinen, an der Wand hängenden Spiegel und rasierte sein hageres Gesicht, als Dr. John Watson ihm dieses Telegramm überbrachte Er bat Watson, dasselbe zu öffnen und ihm vorzulesen Au, rief Holmes und zog das Messer schnell zurück Ich habe mich geschnitten Notiz an mich selbst, dass man niemals von dem Inhalte eines Briefes oder eine Depeche Kenntnis nehmen soll, wenn man gerade das Rasiermesser über die Wange oder über das Kinn führt Geben Sie mir bitte ein wenig Wasser und den Alaunstift So, es hört schon auf zu bluten Und jetzt, Watson, während ich meine Toilette vollende, schlagen Sie bitte das Kursbuch auf und sehen Sie nach, wie wir am schnellsten nach Monte Carlo kommen Watson eilte ins Nebenzimmer und holte ein dickleibiges Kursbuch herbei und zugleich eine Karte, die er vor sich auf dem Tische ausbreitete Er suchte emsig darauf aber, wie es schien ohne Erfolg Watson, einen tüchtigen Detektiv, zeichnet vor allem ein guter Geograf aus Ein Mensch, der die Erde, die er von Verbrechern und anderem Gesindel reinigen soll, nicht kennt kommt mir vor wie ein Blinder, den man Mutterseelen allein auf einem Marktplatz stehen lässt Wir werden am besten tun, wenn wir das nächste Paketboot welches den Kanal kreuzt und nach Frankreich hinüber geht, benutzen Wie spät ist es jetzt? 7.13 Minuten früh, gab Watson zur Antwort, nachdem er einen Blick auf seine Uhr geworfen hatte Da kommen wir noch bequem zu dem Zuge zurecht, rief Holmes, während er in die Ärmel seines Rockers hineinfuhr Der Zug verlässt um 8.10 Minuten den Victoria Bahnhof Um 9.05 Minuten werden wir in New Haven eintreffen und das Paketboot für Dieppe besteigen Wir werden mithin, Holmes machte eine kurze Pause und entledigte sich seine gestickten Pantoffeln und zog die Straßenschuhe an Wir werden mithin, da die Fahrt bei gutem Wetter 8 Stunden dauert, etwa um 6 Uhr nachmittags in Frankreich sein Und jetzt, Watson, sehen Sie sich bitte einmal die Verbindung zwischen Dieppe und Paris an Mrs. Hudson, unser Frühstück, wenn ich bitten darf Schnell, schnell! Die letzten Worte hatte Sherlock Holmes zur Tür hinausgerufen Und es dauerte nicht lange, so brachte Mrs. Hudson, die alte Hausherrin und Wirtschafterin, das Gewünschte herein Dieppe, Paris, sagte Watson, Schnellzug um 1 Uhr mittags Können wir nicht brauchen, weiter 6 Uhr und 37 Minuten von Dieppe ab, verkündete Watson 9 Uhr 55 in Paris Bravo, rief Holmes Jetzt lassen wir uns aber zuerst das Frühstück schmecken Denn das Übrige kann ich Ihnen so ungefähr aus dem Kopf her sagen In Paris haben wir eine volle Stunde Zeit, welche wir zum Speisen benutzen Übrigens müssen wir auch auf den Lyoner Bahnhof Um Punkt 11 Uhr geht der Luxus Express Train ab, der in der Riviera-Saison die Verbindung zwischen Paris und Monte Carlo herstellt Dieser Zug geht über Lyon, Avignon, Marseille, Toulon, Cannes, Nizza und Monte Carlo Und wenn er sich nicht, was höchstens selten passiert, verspätet So müssen wir morgen Abend 9 Uhr auf dem Bahnhof in Monte Carlo und um 9.10 Uhr im Hotel de Paris sein Wo wir Lord Frederick Woodville oder seine Leiche finden werden Viel länger als die Auseinandersetzung der Reiseroute dauerte das Frühstück nicht Welches Sherlock Holmes an diesem Morgen einnahm Auch Watson sputete sich, da er die Kinnbacken des Detektives in rastloser Tätigkeit sah Und erhob sich sofort, als Holmes vom Tisch aufstand Was soll ich mitnehmen? fragte Watson Unser Reisekoffer ist ja immer gepackt, antwortete Holmes Und der enthält alles, was wir zur Ausübung unserer Tätigkeit brauchen Nehmen Sie ruhig einen kleinen Auszug aus Ihrem Arztkoffer mit, man weiß ja nie Mrs. Hudson holt inzwischen einen Wagen, der uns nach dem Victoria Bahnhof bringen wird Leben Sie wohl, sagte Holmes zehn Minuten später zu Mrs. Hudson, indem er ihr die Hand reichte Halten Sie wie immer die Türen meiner Zimmer gut verschlossen Niemand hat das Recht, dieselben zu betreten Vermutlich werden wir spätestens in acht Tagen wieder in London sein Bitte senden Sie mir ankommende Briefe oder Depeschen innerhalb der nächsten fünf Tage Nach Monte Carlo Post lagernd unter dem Namen Thomas Smith Auf Wiedersehen, Mrs. Hudson Holmes und Watson eilten die Treppen des Hauses hinab Und traten auf die Straße hinaus Mr. Sherlock Holmes, ein Telegramm für Sie Ein Messenger-Boy, einer jener vielen Knaben, die in London das Austragen der Depeschen besorgten Tauchte vor Holmes auf und reichte ihm aus einer roten Ledertasche ein Telegramm Noch eher Holmes den Wagen bestieg, erbrach er die Depesche und las Gefahr eminent, wenn Sie nicht morgen, neun Uhr, Hotel de Paris, Monte Carlo Katastrophe unvermeidlich Holmes faltete die Depesche zusammen und steckte sie in die Brusttasche seines Rockes Dann sprang er in den Wagen hinein Der Kutscher ließ seine Pferde im schnellen Trabe gehen Denn Watson hatte ihm eingeschafft, dass er spätestens 8 Uhr vor dem Victoria Bahnhof halten müsse Es fehlten aber noch 5 Minuten bis 8 Uhr, als der Detektiv und der Doktor ausstiegen Und mit der größten Ruhe konnten sie in dem Zuge nach New Haven Platz nehmen Die kleine Hafenstadt New Haven wurde fahrplanmäßig erreicht Und bald nach der Ankunft befanden sich Holmes und Watson an Bord des Paketbootes Ersterer legte sich, nachdem sie ihre Sachen in der Kajüte geborgen hatten, in einen der Klappstühle, die auf Deck standen Und Watson nahm an seiner Seite auf einem kleinen aufstellbaren Sesselplatz Es war ein wundervoller, sonniger Wintertag, wie man ihn an der Küste Englands selten hatte Es lag kein Nebel auf der ruhigen, spiegelglatten See, über welcher sich der hellgraue Himmel wölbte Heute, am 17. Februar, war der Reiseverkehr nicht allzu groß Während diese Paketboote, welche die schnellste und angenehmste Verbindung zwischen der englischen und französischen Küste herstellten Im Frühling, Sommer und wohl auch im Herbst unleidlich überfüllt waren Die meisten Passagiere hatten es überdies vorgezogen, unten in dem behaglichen Restaurationsraum zu bleiben Während Holmes oben auf Deck seine kurze Pfeife rauchte und ab und zu mit Watson, der an der Reling stand, einige Worte wechselte Darf ich mir eine Frage erlauben, Holmes, sagte Watson, nachdem sie etwa eine Stunde lang auf Deck gesessen hatten Welche Bewandtnis es eigentlich mit dem Telegramm hat, das sie heute Morgen während des Rasierens erhalten haben Und zu dem auch sicherlich die zweite Depesche gehörte, die sie beim Besteigen des Wagens in London in Empfang nahmen Selbstverständlich dürfen Sie fragen, antwortete Holmes, während er sich aufs Neue seine Pfeife stopfte Und da ich möchte, dass Sie über diesen Fall orientiert sind, so werde ich die Muße, die wir während der Überfahrt haben, benutzen, Ihnen mitzuteilen, was Sie über die Sache wissen sollten Bevor ich jedoch meine Erklärungen beginne, würde ich Ihnen gerne einige Fragen stellen Ich habe ein Telegramm aus Monte Carlo bekommen, nach dessen Empfang ich mich sofort entschlossen habe, abzureisen Finden Sie das nicht ein wenig unvorsichtig von mir? Könnte es nicht eine Falle sein, um mich für einige Zeit aus London zu entfernen? Ich denke mir, erwiderte Watson, dass Sie, Holmes, nicht abgereist wären, wenn Ihnen nicht irgendetwas in der Depesche unzweifelhaft bewiesen hätte, dass Ihr Inhalt ernst gemeint sei Bravo, rief Holmes, Sie treffen ins Schwarze hinein Erinnern Sie sich, dass es in der Depesche hieß, retten Sie Ihren Freund Frederick Woodville Nun sehen Sie, Watson, das Wort Freund muss unbedingt in jeder Depesche vorkommen, welche ich von Woodville erhalte So ist es zwischen mir und Lord Frederick Woodville verabredet Wäre das nicht der Fall gewesen, so wäre es mir gar nicht eingefallen, einen Schritt aus dem Hause zu tun Sie wussten es schon, dass sich Lord Woodville in Monte Carlo befand? fragte Watson Ja, ich wusste es Er hat mir vor seiner Abreise mitgeteilt, dass er sich vier Wochen in Monte Carlo aufhalten würde Und vielmehr, ich habe ihm den Rat erteilt, dort hinzugehen und wenigstens vier Wochen dort zu bleiben Lord Frederick hatte also Veranlassung, London zu meiden? Er hat sie Wird er von der Polizei verfolgt? In diesem Falle hätte ich ihm doch gewiss keinen Rat gegeben, wie er sich verbergen sollte Nein, Lord Frederick besitzt einen unversöhnlichen Feind, der ihm seit zwei Jahren beständig nach dem Leben trachtete Nicht weniger als viermal hat es schon jener versucht, den Lord zu beseitigen Vor zwei Jahren, als Lord Frederick sich auf dem Wege von Bombay nach Southampton befand wurde in der für ihn bestimmten Kajüte, kurz bevor das Schiff den Hafen von Bombay verließ ein starker Karton mit der Bitte abgegeben, denselben in die Kajüte des jungen Lords zu stellen Der Karton enthielt eine letzte Überraschung für ihn, die ihm ein Freund zugedacht Lord Frederick hat sich also längere Zeit in Indien aufgehalten Er hat Indien bereist, um sich das Wunderland gründlich anzusehen, antwortete Holmes Sie müssen nämlich wissen, dass Lord Frederick sehr reich ist Noch vor zwei Jahren hieß er Baronet Frederick Woodville Da starb plötzlich sein Vater und Frederick erbte von ihm den Lord-Titel und ein ungeheures Vermögen Der Tod seines Vaters war auch der Grund, weshalb er seinen Aufenthalt in Indien unterbrechen musste Kaum erreichte ihn die Nachricht von dem Ableben seines Vaters, als er sich in Bombay einschiffte um mit der Columbia nach England zurückkehren Ich ahne bereits, unterbrach Watson den Erzählenden In diesem Karton befand sich ein Sprengstoff Der unversöhnliche Feind, den Lord Frederick Woodville hat, hoffte, dass die Höllenmaschine in demselben Augenblicke, in welchem der junge Edelmann den Karton öffnete, explodieren und ihn in Stücke zerreißen würde In Indien hat man für solche Zwecke Besseres als eine Höllenmaschine welche übrigens sehr schwer zu konstruieren ist und nicht immer ganz sicher funktioniert nahm Holmes wieder das Wort Als Sir Frederick sich anschickte, den Karton zu öffnen hörte er plötzlich im Inneren desselben ein verdächtiges Rascheln Vielleicht wusste er damals schon, dass er verfolgt würde und dass man es auf sein Leben abgesehen hatte Kurz, er war vorsichtig genug, den Kapitän und den Arzt herbeizurufen Er zeigte ihnen den Karton und machte sie darauf aufmerksam dass in demselben nach seiner Meinung eine oder mehrere Ratten eingesperrt seien Der Kapitän bohrte nun vorsichtig ein kleines Loch mit seinem Taschenmesser in den Deckel des Kartons und blickte hinein Was er in dem Karton sah, veranlasste ihn denselben in den Maschinenraum hinabtragen zu lassen und den Befehl zu geben den Karton 24 Stunden lang in eine der Abzugsrohren des Dampfkessels hineinzuhängen Da diese Abzugsrohre beständig von siedendem Wasser umspült werden kann natürlich nichts Lebendes längere Zeit darin bestehen Nach 24 Stunden wurde der Karton wieder auf Deck gebracht und da man das verdächtige Rascheln nicht mehr hörte wurde er geöffnet Man fand darin drei Kobras Drei von ihnen furchtbaren Giftschlangen Indiens, deren Biss unbedingt tötet Die Reptilien waren selbstverständlich tot und man warf sie über Bord ins Meer Holmes machte eine kleine Pause in seiner Erzählung legte sich bequem in seinem Lehnsessel zurecht und fuhr dann in seiner Erzählung fort Sir Frederick hätte durch diesen Vorfall gewarnt sein sollen aber jedenfalls war er der Meinung, dass ihm nur in Indien Gefahr drohe und nicht auch in England Er bewegte sich ungeniert in London und machte in fast unverzeihlicher Nachlässigkeit den Fehler, mich nicht sofort von dem seltsamen Vorfall, der sich auf der Columbia abgespielt hatte, zu unterrichten Vier Monate nach seiner Ankunft in London wurden in der Regent Street zwei Schüsse auf ihn abgegeben als Lord Frederick in seinem Coupé durch die Straße fuhr Eine der Kugeln verwunderte den Kutscher leicht, die andere zertrümmerte beide Fensterscheiben des Coupés verletzte aber den Lord, der tief in dem Polster des Wagens lehnte, nicht im geringsten Der Attentäter wurde leider nicht ermittelt Damals herrschte in der Regent Street ein starker Menschenverkehr und der nach übereinstimmenden Aussage von Augenzeugen wie ein Fleischergeselle gekleideter Attentäter war plötzlich in einem der Häuser oder im Menschengewühl verschwunden Acht Tage später entdeckte Sir Frederick in einer Pastete, die ihm sein Koch vorgesetzt hatte eine Stecknadel, die wahrscheinlich dazu bestimmt war, ihm den Magen zu durchbohren Der Koch wurde verhaftet Der Mann bewies aber, dass er die größte Sorgfalt auf die Zubereitung der Pastete verwendet hatte Es war klar, dass die Stecknadel wirklich nur durch ein Versehen in den Pastetenteig hineingekommen sei oder dass sie ein Individuum, das zur selben Zeit Fische zum Kaufe in der Küche angeboten hatte in den Teig buxiert haben müsse Ich persönlich glaube an die Schuld dieses unbekannten Fischhändlers Der Koch wurde übrigens noch vor dem Hauptverfahren in Freiheit gesetzt Lord Frederick wurde es hierauf ein wenig ungemütlich in London Und er wollte nach Paris gehen, um sich dort ein wenig zu zerstreuen Auf dem Wege nach Havre, in dem Schnellzug, der für Paris bestimmt ist nahm er in einem Coupé erster Klasse Platz Und zwar allein Auf einer Zwischenstation stieg ein elegant aussehender, schwarzbärtiger Mann zu ihm ins Coupé ein grüßte höflich und nahm ihm gegenüber Platz Plötzlich, als der Zug in schnellster Fahrt begriffen war warf sich der Schwarzbiertige auf den Lord und versuchte ihm ein Dolchmesser in die Brust zu stoßen Die Spitze des Messers glitt aber an der Schnalle des Hosenträgers den Lord Frederick trug ab Der junge englische Edelmann, der außerordentlich kräftig ist hat Geistesgegenwart genug, das Handgelenk seines Gegners zu packen und es so heftig herumzudrehen, dass das Dolchmesser der mörderischen Hand entfiel Im nächsten Moment gab Lord Frederick das Notsignal Aber bevor der Zug hielt, hatte der Schwarzbärtige die Coupé-Tür aufgerissen und war aus dem Zug hinausgesprungen Man fand zwar fußspurende Schurken doch derselbe war im nahen Walde verschwunden und wurde trotzdem sogleich die ganze Gendarmerie der Ortschaft auf die Beine gebracht wurde nicht entdeckt Nach einigen Monaten kehrte Lord Frederick aus Paris wieder zurück Kaum aber hatte er Woodville Haus bezogen so brach eines Nachts eine fürchterliche Feuersbrunst aus Lord Frederick, der aus dem Bett sprang, um sich zu retten fand die Tür seines Schlafzimmers verschlossen und vor seinem Fenster ein Eisengitter das sich am Abend vorher noch nicht vor demselben befunden hatte Wie lässt sich denn das erklären, Holmes? fragte Watson Ziemlich einfach Während der junge Lord fest schlief, hat man Einige beherzte Männer eilten auf die jammernden Versicherungen des Kammerdieners dass sein Herr sich noch im Schlafzimmer befände mit Rauchhelmen versehen durch die Flammen schlugen die Tür ein und trugen Frederick bewusstlos und halb erstickt ins Freie hinaus Der junge Lord wurde gerettet Das war das fünfte Attentat, das man in einem Zeitraum von noch nicht zwei Jahren gegen sein Leben unternommen hatte Ich habe Sir Frederick gekannt, als er noch ein ganz junger Mann war fuhr Holmes nach einer kleinen Pause fort Ich hatte Gelegenheit, seinem Vater einmal einen Dienst zu leisten Der alte Lord schätzte mich sehr und ich war oft Gast in seinem Hause Als ich nun von jener Feuersbrunst las und von der Gefahr, in welcher Sir Frederick geschwebt und mich an die vier anderen höchst merkwürdigen Zufälle erinnerte die das Leben des jungen Mannes bedroht hatten da hielt ich es für meine Pflicht, ihn darauf aufmerksam zu machen dass er eines Tages kopfüber gehen würde denn mir war sofort klar, dass Lord Frederick von einem unversöhnlichen Feind verfolgt würde Ich begab mich zu ihm ins Hotel Royale in welchem Lord Frederick ein Zimmer bewohnte während die Feuerschäden in Woodville House ausgebessert werden sollten Der junge Lord empfing mich freudig überrascht Er sah brillant aus, gesund und kraftvoll wie ein Mann von 30 Jahren, der durchaus keine Sorgen hat Ah, Sie sind es, Mr. Sherlock Holmes rief er, indem er mir die Hand schüttelte Das ist für mich eine große Freude, Sie einmal wiederzusehen Ich komme gewissermaßen in Geschäften zu Ihnen, my Lord antwortete ich ihm Mich führt nämlich die Absicht her, Sie zu warnen Ah, ich verstehe, Sie haben die Ereignisse verfolgt mit denen ich in den letzten 18 Monaten in unangenehme Berührung kam Nun ja, Mr. Holmes, man verfolgt mich Und ich glaube nicht, dass ich meinen Verfolgern entgehen werde Wie, das wissen Sie, Lord Frederick Und Sie setzen sich nicht zur Wehr? Treffen keine Vorbereitungen für Ihre Sicherheit? Ich weiß, dass alles, was ich tun könnte mich vor den geplanten Verbrechen doch nicht beschützen würde Gabe mir ernst zur Antwort Und seine schönen blauen Augen füllten sich mit einer gewissen Wehmut Was wollen Sie, mein Freund? Fünfmal bin ich dem sicheren Tod entgangen Vielleicht glückt es mir noch ein sechstes oder siebtes Mal Aber dann wird mich die Mörderhand doch erreichen Ich glaube nicht, antwortete ich Dass ein Mensch in einem Staate wie der Unsrige sich so ruhig abzuschlachten lassen braucht Gegen diejenigen, die mir nach dem Leben trachten gibt es keinen Schutz So fliehen Sie einige Zeit aus der Welt Leben Sie irgendwo unter anderem Namen Vertrauen Sie keiner Person an, wer Sie seien wohin Sie sich begeben und wie Sie sich nennen wollen Und wenn ich zu den Eskimos entfliehe wo man überhaupt keine Namen braucht stieß Lord Frederick hervor Sie würden mich doch finden Sie? Wer sind diese Sie? Der Lord schwieg Er senkte das Haupt mit dem lichtgewählten sorgsam gescheiterten blonden Haupthaar auf die Brust und blieb so während einiger Minuten fast regungslos Mir schien es, als kämpfe er innerlich mit sich selbst Ob er mich tiefer in das Geheimnis eindringen lassen sollte das vernichtend auf ihm ruhte Natürlich setzte ich sofort den Hebel an um den Lord zum Sprechen zu bringen Denn wirklich, mir ist sehr viel an dem Leben dieses vortrefflichen jungen Mannes gelegen und dann, sein Vater war mein Freund Mein Lord, ich will gern für Sie alles tun, was ich vermag Aber lassen Sie mich nicht hier mit unsichtbaren Feinden fechten Wer es auch immer sei bezeichnen Sie mir den Mann von dem Sie glauben, dass er Sie unversöhnlich hasst und Ihnen nach dem Leben trachtet Frederick hob den Kopf im Po und blickte mich fest und ruhig an Im selben Moment wusste ich dass ich es niemals von ihm erfahren würde Ich weiß es nicht, Mr. Holmes antwortete Sir Frederick Ich kenne diesen Mann nicht Ich habe gar keine Vermutungen über seine Persönlichkeit Jede weitere Frage nach dieser Richtung erübrigte sich also von selbst Wollen Sie dann wenigstens einen Vorschlag annehmen den ich Ihnen machen werde? Von Herzen gern, Mr. Holmes Bleiben Sie nicht in London Ich verspreche mir davon Erfolg Die Zwischenzeit werde ich benutzen um mich mit Ihren Angelegenheiten ein wenig zu beschäftigen Ganz wie Sie wollen, Mr. Holmes denn ich sehe keinen Grund ein Ihren Vorschlag abzulehnen In London ist es langweilig genug und dann gibt es eine Person die mich gebeten hat mit ihr an die Riviera zu gehen Deshalb sehen Sie mich auch Der Lord lächelte so schnell bereit Ihren Wunsch zu erfüllen Eine andere Person der ich außerordentlich zugetan bin fuhr Lord Frederick fort und sein hübsches Gesicht strahlte Kennen Sie Miss Nancy Elliott? Die schöne Schauspielerin vom Her Majesty Theater die ist mir bekannt Sie ist meine Freundin Wir sind uns sehr zugetan Nancy wünscht mit mir zu reisen Ich werde also mit ihr nach Monte Carlo gehen Ich legte mein Gesicht in nachdenkliche Falten Sind Sie auch sicher, my Lord? fragte ich ihn mit leiser Stimme dass Nancy Elliott mit ihren Feinden in keinerlei Verbindung steht Da lachte der junge Edelmann aus vollem Halse Verzeihen Sie, Mr. Holmes sagte er, indem er mir die Hand drückte Sie sind ein sehr ernster Mann Der berühmteste Detektiv der Welt aber Sie verfallen in denselben Fehler wie die meisten Detektivs und sehen in den harmlosesten Personen einen Verbrecher Wenn Nancy mein Leben mit dem Ihrigen einkaufen könnte würde er sie als ohne Zögern tun Ich versichere Ihnen dass Nancy meine vollste Zuneigung besitzt dass ich sie innig liebe wenn Sie es so wollen Trotzdem würde ich Sie bitten auch Nancy Elliott erst dann die Mitteilung zu machen dass Monte Carlo ihr Reiseziel ist wenn Sie sich unterwegs befinden Versprechen Sie mir das, my Lord Der Lord reichte mir sogleich die Hand und rief Das verspreche ich Ihnen, Mr. Holmes Versprechen Sie mir weiterhin dass Sie bei einer Ihnen drohenden Gefahr mich sofort zu sich berufen werden Auch das verspreche ich Ihnen Denn glauben Sie nur nicht, Mr. Holmes dass mir an meinem Leben nichts gelegen wäre Im Gegenteil Noch niemals ist mir das Dasein so schön und lebenswert vorgekommen als jetzt da ich Nancy, dieses edle, vortreffliche Herz mein eigen nenne da ich mich der Gesellschaft dieser Herrlichsten aller Frauen erfreuen darf Deshalb werde ich Sie als Retter und Helfer sofort zu mir berufen falls ich aus gewissen Anzeichen auf eine nahe Gefahr schließen müsste Sie werden mir in diesem Falle draten fuhr ich fort und ich werde sogleich zu Ihnen eilen aber um sicher zu sein, dass das Telegramm von Ihnen stammt lassen Sie in demselben das Wort Freund in dem Telegramm nicht fehlen doch hoffe ich, dass ich Sie nicht werde bemühen müssen Es ist also abgemacht rief ich Sie reisen, my Lord Morgen antwortete er und drückte mir dabei nochmals die Hand Er dankte mir für meine Fürsorge und ich verließ ihn Ohne also zu wissen, wer eigentlich der Todfeind des Lords sei? fragte Watson Ohne es zu wissen Und ihr habt in der Zwischenzeit nichts hierüber ermittelt? Nun vielleicht doch einiges, wenn auch ziemlich unbedeutendes Das ist aber vorläufig noch nicht spruchreif, Watson Und Sie würden mir einen Gefallen tun, wenn Sie jetzt in die Kajüte hinuntergehen und für sich und mich steifen Krog besorgen würden Der Wind bläst hier oben auf Deck ziemlich energisch Ohne jede Verspätung Ja noch fünf Minuten vor der angesetzten Zeit fuhr das Paketboot in den Hafen von Dieppe ein Holmes und Watson begaben sich sogleich nach dem gegenüberliegenden Bahnhof und bestiegen den Schnellzug nach Paris Holmes verriet eine gewisse Ungeduld während der Fahrt Sobald der Zug auf einer Station nur 30 Sekunden länger hielt als der Aufenthalt im Kursbuch angegeben war öffnete er das Fenster und fragte den Kondukteur fast zornig weshalb man denn nicht weiterfahre Trotzdem fehlte keine Minute an der vorgeschriebenen Zeit als der Schnellzug in die Bahnhofshalle in Paris einlief Holmes nahm einen Wagen und fuhr mit Watson sogleich nach dem Lyoner Bahnhof hinüber Es war 10.20 Uhr, als im Wartesaal erster Klasse saßen und Holmes ein reichliches Dinner bestellte Der Riviere-Expresszug, meldete ein Beamter, indem er die Türen des Wartesaals öffnete Lyon, Avignon, Marseille, Toulon, Cannes, Nizza, Monte Carlo, einsteigen bitte Holmes und Watson schritten auf den Perron hinaus Watson trug die Ledertasche, der Koffer war als Personengut aufgegeben worden Erster Klasse nach Monte Carlo, warnte sich Holmes an den Kondukteur Bitte, meine Herren, steigen Sie nur ein Erwiderte der Beamte, indem er die Tür des Coupés öffnete Sherlock Holmes Sherlock Holmes, Sherlock Holmes rief ein Uniformierter, indem er in atemloser Hast über den ganzen Perron eilte Wo ist Sherlock Holmes? In diesem Moment richtete sich Holmes Kerzen gerade auf Noch niemals hatte Watson seinen Freund so bleich, so unbeweglich gesehen Hier ist Sherlock Holmes, rief Watson, was wünschen Sie von ihm? Ein Telegramm, gab der Beamte zur Antwort Geben Sie her, versetzte Watson, indem er dem Mann ein kleines Trinkgeld einhändigte Soll ich es öffnen, Holmes? Nein, noch nicht, steigen wir ein Es war bereits die höchste Zeit, die Sitze einzunehmen, denn schon wurde die Coupé-Tür geschlossen Holmes und Watson ließen sich auf dem weichen Polster nieder Holmes hatte Watson die Depesche abgenommen und hielt sie in seiner knöchrigen Hand, während er seine Blicke auf dem kleinen Papier ruhen ließ, als wollte er es durchbohren Der Zug setzte sich in Bewegung Klappernd, rasselnde, unter den gellenden Pfiffen der Lokomotive verließ er die Halle des Leona-Bahnhofs, um nach dem Süden zu eilen Wir kommen zu spät, Watson, rang es sich von den Lippen Sherlock Holmes Ich weiß es, doch jetzt müssen wir erst recht so schnell wie möglich in Monte Carlo eintreffen Dabei öffnete er das Telegramm und mit ruhiger, klingender Stimme las er den nichts überraschen konnte, weil er alles voraussah Mr. Sherlock Holmes, London Leona Bahnhof, Riviera Express Lord Frederick Woodville um 4 Uhr nachmittags in seinem Zimmer ermordet kommt sofort Nancy Elliot Zweites Kapitel Der Mord im Hotel de Paris Man behauptet allerdings, dass in Monte Carlo, dort wo der Marmorpalast der Spielbank von Rosen und Palmen umgrenzt emporragt, ein Menschenleben weniger wert hätte, als auf einem anderen Platz der Erde Weil die Unglücklichen, die sich am grünen Tisch ruiniert haben, in der Verzweiflung oft keinen anderen Ausweg kennen, als den Tod durch eigene Hand Aber trotzdem hatte der Lord Frederick Woodville im Hotel de Paris verübter Mord ungeheures Aufsehen hervorgerufen Lord Woodville war überall, wo er sich zeigte, eine auffallende und beliebte Erscheinung gewesen Sein hoher Wuchs, seine frische männliche Art sich zu geben, hatte ihm viele Freunde erworben Er hatte aber auch als Spieler das Interesse auf sich gelenkt Da er mit jener nonchalance, welcher sofort den wirklich reichen Mann verrät Bedeutende Summen auf die Spielfelder des grünen Tisches niedergelegt Und nicht einmal eine Mine verzogen hatte Wenn der Kruppier mit seiner verhängnisvollen Hake dieselben einraffte Im Hotel de Paris war der Lord außerordentlich beliebt und angesehen gewesen Denn nicht nur im Verkehr mit den übrigen Gästen des Hotels, mit denen er zu Déjeuner und Dinnerstunde zusammentreffen pflegte Sondern auch im Umgang mit dem Personal Dem Direktor bis zum geringsten Liftboy herab, hatte er sich durch seine persönliche Liebenswürdigkeit alle Herzen gewonnen Auch die Begleiterin des Lords hatte ungemein interessiert Miss Nancy Elliot war eine vollendete Schönheit Ein Weib ganz geschaffen, sowohl das Auge der Männer wie der Frauen zu entzücken Ihr hoher graziöser Wuchs, ihre harmonische Formenfülle Ihr rot-blondes Haar, das mit den so lebhaften, großen, dunklen, träumerischen Augen im Kontrast stand Der Ruf, der ihr als Schauspielerin voranging Das alles hatte wohl in mancher Männerbrust einen gewissen Neid auf Lord Frederick entstehen lassen Der dieses Weib sein Eigen nannte Dass Miss Elliot nicht die Gattin, sondern nur die Freundin des Lords war Spielte in Monte Carlo nur eine untergeordnete Rolle Man ist dort an das Erscheinen unvermählter Paare, die in den intimsten Beziehungen zueinander stehen Zu gewöhnt, als dass man der Elliot einen Vorwurf daraus gemacht hätte Übrigens wussten die beiden, in jeder Weise das Dekorum zu wahren Der Lord hatte im Hotel de Paris für sich selbst drei Zimmer belegt Ein Schlafzimmer, einen Salon und ein herrliches Zimmer, in welchem er rauchte und arbeitete Miss Elliotts Gemächer lagen neben denen des Lords Doch so, dass ihr Schlafzimmer an den Salon anstieß Außerdem verfügte sie noch über ein Toilett- und Badezimmer und über einen reizenden kleinen Damensalon Die allgemeine Beliebtheit des Paares war in der letzten Zeit dadurch ganz besonders zum Ausdruck gekommen Dass Fürst Albert von Ammonaco den Lord eines Tages empfangen hatte Und dass Miss Nancy Elliot in das Damenkomitee eines bevorstehenden Balls Zum Besten einer für ihre Künste Monacos geplanten Rettungsstation berufen worden war Man kann sich also vorstellen, welche ungeheure Sensation es erregte Wie viel Mitleid und Teilnahme es hervorrief Als sich plötzlich am 18. Februar, nachmittags kurz nach 4 Uhr in Monte Carlo Die Nachricht wie ein Lauffeuer verbreitete Lord Frederick Woodville ist ermordet worden Der Polizeipräfekt von Monte Carlo begab sich auf diese Nachricht hin sogleich ins Hotel Begleitet von den gewieftesten Detektivs, an denen es auf der Städte der Spielbank keinen Mangel gab Traf er im Hotel de Paris ein und stellte dort folgenden Tatbestand fest Lord Frederick Woodville hatte am Vormittag die Spielbank besucht Und gerade an diesem Tag eine Summe von etwa 35.000 Frans gewonnen Nachlässig hatte er die Banknoten in seine Brieftasche geschoben Hatte dann ein wenig promeniert und war gegen 12 Uhr mittags nach Hause gekommen Da der Lord auf Anraten Holmes Dienerschaft nach Monte Carlo nicht mitgenommen hatte So war ihm einer der Kellner des Hotels ein ungemein gewandter junger Mann Gewöhnlich bei der Toilette behilflich Dieser half dem Lord auch jetzt, sich für das Déjeuner anzukleiden Und um halb zwei Uhr erschien Lord Woodville mit Nancy Elliot am Arm im Speisesaal Wo beide in heiterster Laune die Mahlzeit einnahmen Man hörte das Paar beraten Ob man nicht bei dem wunderbar warmen Wetter am Nachmittag Einen Ausflug nach Cap Martin machen wollte Doch fiel dem Lord ein, dass er einen Brief zu schreiben hätte Der ihn an sein Zimmer bannte Nancy Elliot bedauerte lebhaft, dass sie dadurch um einen schönen Ausflug käme Und zugleich erbot sich die Familie des französischen Oberst Le Gardin Mit welcher sie im Hotel bekannt geworden war Sie nach Cap Martin mitzunehmen Die Gattin des Obersten versicherte in liebenswürdiger Weise Dass es ihr ein außerordentliches Vergnügen sein würde In ihrer Gesellschaft die Spazierfahrt zu unternehmen Nancy blickte den Lord fragend an Und dieser nahm für sie mit größtem Dank die Einladung an Das schöne junge Weib mit den rotblonden Haaren Verließ also gegen zwei Uhr das Hotel de Paris Und bestieg mit der Familie des Obersten die harrende Equipage Die sich bald mit ihren Insassen nach jener traumhaft schönen Ins blaue Meer sich erstreckenden Halbinsel in Bewegung setzte Auf welche auch die Ex-Kaiserin Eugénie von Frankreich Eine wunderbare Villa besaß Der Lord hatte sich indessen in seine Gemächer zurückgezogen Und befand sich an seinem Schreibtisch in dem sogenannten Rauchzimmer Um drei Uhr vierzig berief er noch durch die elektrische Klingel den Kellner zu sich Und bat ihn um einen schwarzen Kaffee Dieser wurde ihm gebracht Und als sich der Kellner zurückzog Hörte er deutlich wie der Lord hinter ihm die Tür abschloss Im Hotel de Paris ging indessen alles seinen gewöhnlichen Gang Man hörte keinen Lärm, kein Schrein Man bemerkte auch keinen fremden Menschen in den Räumen des riesigen Hotels Kein Individuum, das nicht etwa in das vornehme Haus hineingehört hätte Um drei Uhr fünfundfünfzig Minuten Begann dann plötzlich im Büro des Hoteldirektors das Telefon zu läuten Der Direktor begab sich an den Apparat und fragte, wer da sei Hierauf antwortete eine männliche Stimme Begeben Sie sich sofort nach dem Arbeitszimmer des Lord Frederick Woodville Sie werden dort den Lord vor seinem Schreibtisch ermordet auffinden Ich verbitte mir solche Scherze, erwiderte der Direktor Ich werde übrigens feststellen lassen, von welcher Station aus Sie gesprochen haben Und werde Sie belangen Man gibt Ihnen die Versicherung, dass es sich durchaus um keinen Scherz handelt Lord Woodville ist soeben durch einen Dolchstoß mitten ins Herz hineingetötet worden Hoffentlich haben Sie jetzt verstanden Der telefonische Apparat gab das übliche Schlusszeichen Und der Direktor wandte sich halb erschreckt, halb ärgerlich wieder seinem Schreibtisch zu Aber das soeben geführte Gespräch ließ ihm doch keine Ruhe Und nach einigen Minuten forderte er seinen Sekretär, den Portier des Hauses und den Oberkellner auf, ihm zu folgen Diese Männer begaben sich in das erste Stockwerk, in welchem die Gemächer des Lords lagen Der Direktor klopfte an die Tür des Rauchzimmers, er erhielt aber keine Antwort Er wurde dringlicher und als noch immer nicht das gewünschte Entree sich hören ließ Probierte er die Tür selbst zu öffnen Fand dieselbe jedoch von innen verschlossen Von innen, denn offenbar steckte inwendig der Schlüssel Da es dem Direktor nicht gelang, durch das Schlüsselloch in den Raum hineinzusehen Der Direktor ließ sofort den Maschinenschlosser des Hotels holen Und befahl ihm die Tür ohne weiteres auf Der Anblick, der sich den Eintretenden darbot, war so fürchterlich Dass selbst die starken Männer minutenlang wie zur Steinerstadt dastanden Ehe sie das Schreckliche zu fassen und zu begreifen vermochten Lord Woodville saß vor einem Schreibtisch Sein Haupt war auf die Platte desselben gesunken Seine Arme hingen schlaff herab Über seine Brust hatte sich ein Blutstrom ergossen Der sich über das linke Bein fortsetzte Und auf dem Teppich eines dunklen Rinnsaal bildete Die Kasten des Schreibtisches waren weit geöffnet Und verschiedene Gegenstände waren sowohl über den Schreibtisch gestreut Als auch auf den Teppich geworfen Unter anderem blitzten auch einige Louis d'Or goldfunkelnd Den eintretenden Männern entgegen Barmherziger Gott Schrie der Direktor auf Es ist wahr Er ist ermordet Tod Tod Der Direktor war zu dem Sessel vor dem Schreibtische geeilt Hatte den Körper des Lords umschlungen und denselben sanft zurückgebeugt Aber ein einziger Blick in die gebrochenen Augen Auf das wachsgelbe Gesicht und in die erschlafften Züge genügten ihm zu sehen Dass hier keine Hilfe mehr möglich sei Der Polizeipräfekt von Monte Carlo traf so schnell wie möglich Von seiner Detektivs begleitet ein Indessen war es 5 Uhr geworden Man hatte den Toten in derselben Stellung In der man ihn gefunden gelassen Und auf den ausdrücklichen Befehl des Direktors War nichts im Zimmer verrückt worden Und keiner der Gegenstände Die auf dem Schreibtische Oder auf dem Teppich lagen War von unberufener Hand berührt worden Über die Persönlichkeit Lord Frederick Woodwills Und die seiner Begleiterin Brauchte der Direktor des Hotel de Paris Dem Präfekten keine Aufschlüsse zu geben Da der Beamte Lord Frederick persönlich gekannt hatte Der Präfekt wusste sogar Dass Sir Frederick Woodville am Vormittag dieses Tages Eine größere Summe an der Spielbank gewonnen hatte Davon war er durch einen seiner Geheimagenten Die in allen möglichen Verkleidungen die Spieler beobachteten Und ihre Verluste und Gewinne annähernd registrierten Benachrichtigt worden Der Präfekt Ein Mann von etwa 45 Jahren Groß und schlank Mit einem Henri Gatre ging Nachdem er das Schicksal des Lords tief bedauert hatte Mit allem Eifer an die Aufgabe Den geheimnisvollen Knoten Dieses rätselhaften Verbrechens zu lösen Es war ihm angenehm Dass jetzt gerade ein Arzt eintraf Denn er wünschte von diesem Genaues Über die Art der Todeswunde zu hören Es ist klar Sagte der Doktor Nachdem er die Wunde nur flüchtig in Augenschein genommen hatte Der Lord ist mit einem schmalen geschmeidigen Dolchmesser getötet worden Wahrscheinlich mit einem sogenannten italienischen Stilett Der Stoß ist von rückwärts geführt worden Die Hand des Mörders ist über dem Haupt des Lords hinweggeglitten Und hat dann mit großer Sicherheit zugestoßen Es dürfte eine Herzkammer durchbohrt worden sein Wenn das der Fall ist, Herr Direktor Warnte der Präfekt ein So muss es mich wundern, dass ein so starker Blutverlust erfolgt ist Soviel ich mich erinnere Findet bei derartigen Verwundungen eine innere Verblutung statt Gewiss, antwortete der Arzt Wenn aber die Klinge sehr schnell aus der Wunde herausgerissen wird So schießt das Blut nach, wie wir Ärzte zu sagen fliegen Hierzu kommt noch, dass der Lord in dem Augenblick In welchem er starb, nach vorne gestürzt ist Sodass sein Oberkörper eine schräge Lage mit der Wunde angenommen hat Welche dem Blute ermöglichte, einen Ausweg zu finden Der Präfekt stellte dann fest, dass die Kästen des Schreibtisches Nicht gewaltsam geöffnet, sondern einfach mittels des Schlüssels Den der Lord selbst in seiner Tasche getragen Aufgeschlossen worden waren Der Mörder musste also den Schlüssel aus der Tasche genommen haben Ohne Zweifel ein Raubmord? Fragte der Arzt den Präfekten Indem er auf die am Boden liegenden Goldstücke deutete Ohne Zweifel gab der Polizeipräfekt zur Antwort Denn sehen Sie, wir können bei dem Lord außer einigen Goldstücken in der Börse Die dem Mörder des Mitnehmers nicht gelohnt haben mögen Keine größere Barschaft entdecken Obwohl feststeht, dass der Lord heute Vormittag 35.000 Francs am Roulette gewonnen hat Unbegreiflich ist nur, fuhr der Präfekt kopfschüttelnd fort Auf welche Weise der Mörder in das Zimmer hineingekommen sein kann Sie behaupten, Herr Direktor, dass die Tür von innen verschlossen war Während der Lord an seinem Schreibtisch arbeitete So sagte mir Baptiste, versetzte der Hoteldirektor, indem er auf einen jungen Burschen mit blassem verlebten Gesicht deutete Baptiste hat dem Lord noch vor kurzem einen schwarzen Kaffee auf das Zimmer gebracht Dort auf dem kleinen Tischchen steht noch die geleerte Tasse Treten Sie vor, Baptiste, rief der Präfekt und fasste den jungen Mann scharf ins Auge Sie heißen? Baptiste Iliar Sie sind nicht immer in Monte Carlo? Nicht immer im Hotel de Paris? Nein, ich bin in diesem Jahre zum ersten Mal hier und nur für die Saison Ich bin aus Paris gekommen Wie lange ist es her, dass der Lord Ihnen befahl, Kaffee zu bringen? Baptiste überlegte einen Moment, dann sagte er Das muss jetzt gerade eine Stunde her sein, vielleicht auch nur eine Dreiviertelstunde War die Tür verschlossen, als Sie das Zimmer betreten wollten? Ja, ich klopfte an Der Lord öffnete und ich trat ein Er befahl mir, einen schwarzen Kaffee zu bringen, und zwar schnell Machte der Lord, als er Ihnen den Befehl gab, den Eindruck eines ruhigen Menschen Ruhig? Nun, es war keine besondere Unruhe an dem Lord zu bemerken, aber Er schärfte mir ein, mit dem Kaffee sofort wieder da zu sein War die Tür abermals verschlossen, als Sie den Kaffee brachten? Sie war wieder verschlossen Und nachdem Sie den Kaffee gebracht hatten und sich wieder entfernten, was geschah dann? Da hörte ich draußen deutlich, wie der Lord, der mich bis zur Tür begleitet hatte, zweimal den Schlüssel umdrehte Während Ihres Aufenthalts im Zimmer haben Sie nichts Auffallendes bemerkt Gar nichts Waren die Kästen des Schreibtisches geöffnet? Ich erinnere mich, dass sie nicht geöffnet waren Was tat der Lord, las er, schrieb er Es lag ein Brief vor ihm, berichtete Baptiste Und als ich dicht hinter dem Lord vorüberging, um den Kaffee auf das Tischchen zu stellen, sah ich Dass die Tinte noch frisch glänzte Der Lord muss den Brief gerade geschrieben haben Der Polizeipräfekt befahl seinen Leuten nachzusehen, ob sie einen angefangenen oder frisch geschriebenen Brief finden könnten Die Detektivs suchten eifrig danach, vermochten aber nichts zu entdecken Wohl waren eine Anzahl alter Briefe vorhanden Aber nur solche, die an den Lord gekommen waren und die man ihm offenbar aus England nachgeschickt hatte Kein Brief aber war von Lord Woodruffs eigener Hand, geschweige einer, den er so kurz vor dem Tod geschrieben hatte Baptiste hat sich geirrt, sagte der Präfekt Der Lord wird in einem alten Brief gelesen haben In diesem Augenblick wurde die Tür des Zimmers, welches voll Menschen stand, aufgerissen Und in reizender Toilette, aber totenbleich und mit verstörten Zügen, stürzte Nancy Elliot hinein Barmherziger Gott, was ist denn geschehen? schrie sie Die Angestellten des Hotels wollten mir nicht antworten Aber auf der Straße hörte ich ein Mord Den Namen Lord Frederick Woodville Frederick, Frederick, er ist tot? Die letzten Worte wurden von einem furchtbaren Aufschrei begleitet Dann warf sich Nancy über die Leiche, die noch am Sessel vor dem Schreibtisch lehnte Umfing sie mit beiden Armen und überflutete das Gesicht des Toten mit ihren Tränen Vergebens versuchte der Polizeipräfekt und der Hoteldirektor, die trostlos Schluchzende von der Leiche sanft hinwegzuziehen Nancy stieß die beiden Männer zurück und schrie Warum wollt ihr ihn mir hinter den Dreisen? Er gehört mir Sein Herz hat mir gehört und er hat mich geliebt Wie zärtlich er mich noch in seine Arme schloss, als ich ging Und jetzt? So haben sich also doch seine Ahnungen erfüllt Der Stahl des Mörders hat ihn erreicht Wie, mein Freundin? fragte der Polizeipräfekt hastig Lord Frederick Woodville hat also geahnt, dass er seines Lebens nicht sicher sei, dass man ihn töten wollte? Ja, mein Herr, antwortete Nancy, welche das Hauptlord Woodvilles an ihre Brust rückte Und ihre weißen Hände durch seine Locken gleiten ließ Er hat es geahnt und noch gestern hat er darüber mit mir gesprochen Ich weiß, es ist alles vergeblich, sagte er mit trübem Blick und einem wehmütigen Lächeln zu mir Man wird mich eines Tages tot ermordet auffinden und doch möchte ich gerade jetzt so gern leben An deiner Seite leben, Nancy Durch dich glücklich werden, dich glücklich machen und doch Es kann nicht sein, es wird nicht sein Ein neuer Tränenstrom brach aus den Augen Nancys und ihre Stimme erstickte in demselben Hier stoß ich auf einen Widerspruch, sagte der Polizeipräfekt zu seinen Geheimagenten, die ihn umstanden Spricht er nicht alles dafür, dass man einen Raubmord an dem Lord verübt hat? Der Spielgewinn des heutigen Vormittags fehlt Die Kästen und Läden des Schreibtisches sind geöffnet Miss Elliot, würden Sie nicht die Güte haben, uns in einer wichtigen Frage Antwort zu geben? Ich bitte, mein Herr, antwortete die schöne Schauspielerin mit matter Stimme Ich vermag kaum einen Gedanken zusammenzunehmen, aber ich will mir Mühe geben, sie zu beherrschen Fragen Sie, vielleicht kann ich Ihnen antworten Betrachten Sie den Toten genau Vermissen Sie vielleicht an ihm kostbar geiten Präziosen Mit tränenerfüllten Augen ließ Nancy ihre Blicke über Lord Frederick dahingleiten Die großen Brillantnadel aus seiner Krawatte fehlt, rief sie Auch seine Uhr hat man ihm geraubt Man hat ihm auch nichts von den Ringen gelassen Obwohl vier höchst wertvolle Brillantringe seine Finger zu schmücken pflegten Da haben wir es ja, sagte der Präfekt Es ist mit Gewissheit erwiesen Der Zweck dieses Mordes war die Beraubung des Opfers Aber unbegreiflich ist es mir, wie der Mörder in das Zimmer hineingekommen ist Das wiederholte ich nochmals Die beiden Fenster des Gemaches gehen auf den großen Platz hinaus, an welchem das Casino und das Café de Paris liegt Von dem Platze aus kann während des ganzen Tages niemand eingestiegen sein, da es auf demselben immer sehr lebhaft zugeht Ebenso wenig konnte aber auch der Täter durch die Tür in das Gemach hineingelangen Denn wir haben von dem Kellner Baptiste Iliar gehört Dass er jedes Mal die Tür von innen verschlossen fand Baptiste ist der Mörder Rief in diesem Augenblick eine weibliche Stimme Und eine junge Frauensperson von etwa 24 Jahren Welche ein elegant gearbeitetes schwarzes Kleid trug Eine große weiße Schürze und ein Elsässer Häubchen auf dem Kopf Bahnte sich durch die im Gemache befindlichen Leute Den Weg bis zum Polizeipräfekten In ihrer Hand, welche sie hoch im Prohr gehoben hatte Hielt sie eine Uhr an einer seiner goldenen Kette Eine Brillantnadel und Ein Dolchmesser Drittes Kapitel Doppelter Verdacht Da, Herr Polizeipräfekt Rief das Stubenmädchen Dieses Dolchmesser Diese Uhr Diese Brillantnadel Habe ich soeben in der Kammer Baptists gefunden Sehen Sie An der Klinge des Dolches klebt noch Blut Oh, es ist entsetzlich Der junge Kellner stand bleich und regungslos da Er wollte sprechen Er bewegte die Lippen Aber er vermochte kein Wort hervorzustoßen Bewacht ihn Befahl der Polizeipräfekt seinen Detektivs Und zugleich stellten sich zwei von ihnen Neben dem jungen Mann auf Bereit Jeden Fluchtversuch zu vereiteln Der Präfekt trat mit dem Dolchmesser an das Fenster Und betrachtete es genau Blut Rief er Frisches Blut Ein italienisches Stilett Ganz wie Sie, Herr Doktor, es gesagt haben Damit ist der Mord ohne Zweifel ausgeführt worden Ich glaube Rief der Arzt, der jetzt das Dolchmesser in die Hand nahm Und dicht vor seinen Augen hielt Es haften noch kleine Fleischfäserchen an der Klinge Mit dem Mikroskop würde ich es genau feststellen können Ja, man würde sogar zu bestimmen in der Lage sein Ob diese Reste dem Herzmuskel angehören Oder aber der Lunge des unglücklichen Lords Uns genügt, erwiderte der Präfekt Wenn wir wissen, dass mit diesem Instrument Das Verbrechen verübt worden ist Das aber steht für mich außer allem Zweifel Miss Elliot, wollen Sie die Güte haben Diese Uhr und diese Brillantnadel in Augenschein zu nehmen? Haben diese kleinen Odium dem Lord Frederick Woodville gehört? Sie sind sein Eigentum Antwortete Miss Elliot schaudernd Und sank dann wieder neben der Leiche auf die Knie um Wie sie es vorher getan hatte Ihr ganz mit Tränen überströmtes Gesicht Auf die Knie des Ermordeten zu legen Kommen Sie her Rief der Polizeipräfekt Dem als Anklägerin auftretenden Mädchen zu Wie heißen Sie? Mary Dillon Sind Sie eine Engländerin? Ich stamme aus Dublin, Herr Präfekt Seit zwei Jahren diene ich im Hotel de Paris Ich glaube, der Herr Direktor Wird mir ohne weiteres das beste Zeugnis ausstellen können Wie kamen Sie dazu, die Kammer des Kellners Baptiste zu betreten? Was hatten Sie da zu tun? Mary Dillon errötete ein wenig Dann aber hob sie entschlossen das Haupt Als wollte er sie durch ihre Bewegung sagen Dass sie sich über alle Skrupel hinwegsetzen würde Und antwortete Herr Polizeipräfekt, ich habe ein Liebesverhältnis Mit Baptiste Ilya unterhalten Seit vier Wochen hat er sich plötzlich von mir zurückgezogen Und ich muss gestehen Die Eifersucht trieb mich In seinen Sachen einmal nachzusehen Ob ich etwa die Liebesbriefe einer anderen finden könnte Ich öffnete daher sein Schubfach Da fand ich zuerst ein paar wollene Strümpfe gewickelt Uhr und Busennadel und dann ganz hinten eingeklemmt Das Dolchmesser Da wurde mir sofort klar, dass Baptiste der Mörder sein müsse Umso mehr, als er ja der Letzte war Der das Zimmer des Lords betreten hat Sie folgern sehr richtig, Zeugin Sagte der Polizeipräfekt Ich habe schon vorhin auf den Bursch Verdacht gehabt Und nun ist mir derselbe zur Gewissheit geworden Baptiste Ilya, ich verhafte Sie im Namen des Gesetzes Als den Mörder Lord Woodwills Ilya zuckte zusammen Dann stieß er, während Tränen aus seinen Augen schossen Die Worte hervor Ich schwöre Ihnen, Herr Polizeipräfekt Ich bin unschuldig Ich kann mir nicht erklären, wie dieser Dolch Und diese Präziosen in mein Schubfach gekommen sein sollen Ich beschwöre dich, Mary Mach mich nicht unglücklich Bringe mich nicht ins Zuchthaus Oder gar vielleicht auf die Guillotine Ich weiß es ja, du bist böse auf mich Weil ich mich von dir zurückgezogen habe Aber das ist doch kein Grund, einen Menschen zum Mörder zu stempeln Jesus, Maria, wie soll ich denn beweisen, dass ich unschuldig bin? Das können Sie dem Untersuchungsrichter beweisen Wenn Sie es überhaupt zu beweisen vermögen Rief der Polizeipräfekt Jetzt müssen wir Sie unbedingt mit uns nehmen Meine Herren Arretieren Sie diesen Gefangenen Und machen Sie dabei möglichst wenig Aufsehen Und jetzt fordere ich jedermann, der nicht ins Zimmer gehört Auf, dasselbe zu verlassen Diesem Befehl wurde unverzüglich Folge geleistet Nun wurde der Tote auf sein Lager im Schlafzimmer gebettet Wohin Nancy folgte Sie ließ sich auf dem Rand des Bettes nieder Und starrte tränenlos vor sich hin Nur der Hoteldirektor und der Polizeipräfekt Weilten noch in dem Raume, in dem das schreckliche Verbrechen verübt worden war Sie sehen mich sehr deprimiert, Herr Präfekt Warnte sich der Hoteldirektor zu dem Beamten Denn abgesehen davon, dass der Mord in unserem Hotel ausgeführt wurde Handelte es sich um ein Verbrechen, das einer unserer Angestellten verübte Ich fürchte sehr, das wird unser Hotel in Misskredit bringen Du lieber Gott, antwortete Polizeipräfekt achselzuckernd Sie können doch den Menschen nicht ins Herz sehen, Herr Direktor Diesen Burschen haben Sie wahrscheinlich angestellt Weil er Ihnen gute Zeugnisse vorgewiesen Die Besten, Herr Präfekt Und ich muss hinzufügen, dass ich in diesem Baptiste Ilyar Niemals einen Schurken oder Mörder gesucht hätte Seine Führung im Hotel war musterhaft Und wenn er schließlich mit Mary ein Verhältnis begonnen hat Daraus kann man ihm am Ende keinen Vorwurf machen Er gehört zur Kategorie der Gelegenheitsverbrecher Gab der Präfekt zur Antwort Die kostbaren Kleinodien, welche der Lord an sich trug Reizten seine Begierden Und da er dem Lord näher getreten war Als ein anderer Angestellter ihres Hotels Er war, wie ich höre, oft um die Person Woodwilfs beschäftigt So mag er auch von dem heutigen Spielgewinn des Lords Kenntnis gehabt haben Und da hat er beschlossen, sich in den Besitz des Geldes Unter Präziosen zu setzen Ja, Herr Direktor oft genügt ein einzelner unglücklicher Moment Im Leben des Menschen, um ihn zum Schurken zu machen Und wenn er bis dahin die Ehrlichkeit selbst gewesen wäre In diesem Augenblick klopfte es an die Tür des Zimmers Unangenehm berührt blickte der Polizeipräfekt auf Als er einen elegant gekleideten Herrn mit grauem Schnurrbart eintreten sah Verzeihen Sie, mein Herr, rief der Polizeipräfekt Aber das Betreten dieses Gemaches In welchem sich ein so unglückseliges Verbrechen abgespielt hat Ist jedermann auf das strengste verboten Der Direktor des Hotels und ich stehen gerade im Begriff Den Raum gleichfalls zu verlassen Und ich werde an die Tür ein Siegel anlegen Ich bitte um Verzeihung Antwortete der Herr, dessen gerade Haltung außer allem Zweifel stellte Dass er Militär war oder der, wie der Präfekt erst jetzt bemerkte Das Bändchen der Ehrenlegion im Knopfloch trug Ich glaube, ich habe Ihnen eine sehr wichtige Mitteilung zu machen Gestatten Sie, dass ich mich vorstelle, ich bin der Oberst Le Gardin Ein sehr lieber und treuer Gast unseres Hotels, ergänzte der Direktor Sehr freut Sie kennenzulernen, erwiderte der Polizeipräfekt Und die beiden Herren schüttelten sich die Hände Stehen Ihre Mitteilungen in Verbindung mit dem hier verübten Mord? So ist es, Herr Präfekt Aber bevor ich spreche, möchte ich Sie sowohl wie auch den Herrn Direktor Um strengste Diskretion bitten Das ist doch selbstverständlich Es ist immer eine fatale Sache, der Polizei einen Wink zu geben Es sieht denunziantenhaft aus Was soll man aber tun, wenn man glaubt, die Verpflichtung dazu zu haben? Man soll in jedem Falle reden, mein Herr Gab der Polizeipräfekt von Monte Carlo zur Antwort Die Behörde wird dann schon den Spreu von dem Weizen zu unterscheiden wissen Haben Sie irgendeinen Verdacht, Herr Oberst? Verdacht? Ich habe mich in meinen Vermutungen bisher noch nicht so weit aufschwingen können Dieselben zum Verdacht zu erheben Aber ich möchte Ihnen, Herr Polizeipräfekt ganz einfach eine Tatsache mitteilen Wie der Herr Direktor bestätigen wird forderten Sir Woodville zu einer Spazierfahrt nach Cap Martin auf Die Einladung wurde angenommen Miss Elliot fuhr in Begleitung meiner Frau, meiner Tochter und der meinigen nach Cap Martin Dort kehrten wir in dem Kaffeehaus auf der Landzunge ein und die Damen nahmen eine kleine Erfrischung Plötzlich entfernte sich Miss Elliot und zu unserem größten Erstaunen blieb sie eine volle Stunde verschwunden Ich wurde unruhig, denn ich hatte gesehen, wie sie den Weg zum Strande eingeschlagen hatte und ich fürchtete deshalb, dass ihr ein Unglück passiert wäre Ich ging ebenfalls zum Strande hinab, wanderte denselben entlang, konnte Miss Elliot jedoch nicht entdecken Plötzlich bemerkte ich draußen auf der See zwei Boote Da dieselben zu weit von mir entfernt waren, um mit unbewaffneten Augen zu erkennen, wer sich in diesem Booten befände Nahm ich meinen Feldstecher zur Hand, den ich gewöhnlich bei meinen Spaziergängen in Monte Carlo bei mir führe Und mein gutes Glas ließ mich dann auch erkennen, dass in dem einen Bote Miss Elliot saß, in dem anderen aber ein Mann Ein Mann, stieß der Polizeipräfekt überrascht hervor und legte das Gesicht in Falten Ich glaube, Herr Oberst, Ihre Mitteilungen haben mehr als gewöhnliches Interesse Ich bitte, fahren Sie fort Können Sie mir vielleicht sagen, was diese zwei Personen im Boote taten? Dass sie lebhaft miteinander sprachen, glaube ich, annehmen zu dürfen Dann trennten sich die beiden Boote und ich kehrte so schnell wie möglich zu meiner Gattin und meiner Tochter zurück denen ich aber nicht erzählte, was ich gesehen habe Als Miss Elliot wieder unserem Tische zurückkehrte, erschien sie mir sehr bleich und ihre Augen spiegelten eine große Erregung wieder Ich bitte um Vergebung, meine Freunde, sagte sie zu uns Aber der herrliche Anblick des Meeres hat mich verleitet, ganz spontan ein Boot zu nehmen und hinaus zu rudern Aber das muss ja sehr langweilig gewesen sein, so ganz mutterseelenallein auf dem Meer dahin zu fahren sagte ich zu mir Oh, glauben Sie es nicht, erwiderte sie mit gezwungenem Lächeln Das Meer ist nie langweilig Sie sehen also, Herr Polizeipräfekt, dass Miss Elliot mir bewusst die Unwahrheit sagte Denn sie hätte mir doch auf meine Bemerkung über die Langweiligkeit einer einsamen Bootfahrt erzählen können dass sie einen Bekannten auf dem Meere getroffen Sie verschwieg diese Begegnung, die demnach nicht ganz harmlos gewesen sein kann Verzeihen Sie, Herr Oberst, sagte der Polizeipräfekt Es ist mir von großer Wichtigkeit festzustellen, wann Sie Miss Elliot mit dem fremden Herrn zusammensahen Können Sie mir die Zeit angeben? Ganz genau sogar, gab der Oberst zur Antwort Wir sind zugleich nach dem Dejeuner abgefahren Nach dem Cap Martin hat uns der Wagen in 25 Minuten gebracht Es ist unbedingt etwa 3 Uhr gewesen, als ich Miss Elliot bei ihrem seltsamen Täter Täter vor sie beobachtete Und der Mord ist etwa um halb 5 Uhr ausgeführt worden, fragte der Präfektin Direktor Dieser nickte bejahend Das wäre eine Zeitdifferenz von eineinhalb Stunden Folglich kann jener Mann, mit dem Miss Elliot gesprochen hat, immerhin der Mörder des Lords gewesen sein Denn eine Zeit von eineinhalb Stunden ist völlig ausreichend gewesen, dieses Verbrechen zu verüben Herr Oberst, ich bitte Sie von Ihren Beobachtungen gegen jeder Mann zu schweigen Und ich danke Ihnen für diese Mitteilungen Ich glaube, durch Sie auf eine ganz neue Spur geleitet worden zu sein Nun verlassen wir diesen Raum, in dem sich eine so erschütternde Tragödie abgespielt hat Wenige Minuten später hafteten die großen Siegel der Polizei von Monte Carlo an der Zimmertür, hinter welcher Lord Frederick Woodville seinen letzten Seufzer ausgehaucht hatte Der Polizeipräfekt hatte das Hotel verlassen und der Hoteldirektor befand sich bereits auf dem Wege nach Nizza, um in allen Zeitungsredaktionen unter goldenen Händedrücken zu bitten, den im Hotel de Paris geschienen Mord in den Blättern so kurz und flüchtig wie möglich darzustellen Die Händedrücke des Direktors mussten wohl sehr ergiebig gewesen sein Denn in den am Abend erschienenen Zeitungen von Nizza und Monte Carlo las man nur folgende kurze Notiz Im Hotel de Paris wurde heute, kurz nach dem Déjeuner, Lord Frederick Woodville Ein vornehmer und reicher Gast des Hotels, tot vor seinem Schreibtisch aufgefunden Die Monte Carlo verbreiteten Gerüchte, es liege hier ein Mord vor, sind übertrieben und verfrüht Viel Ehe ist an einen Selbstmord, Lord Woodville zu glauben, da der unglückliche Engländer schon in letzter Zeit deutliche Spuren von Schwermut gezeigt haben soll Uff, stieß Sherlock Holmes hervor, als er auf dem Bahnhof in Nizza eine dieser Zeitungen kauft und las Das ist eine Berichterstattung, die dem Arizona Kicker, dem berüchtigten humoristischen Zeitungsplatte des amerikanischen Westens, alle Ehre machen würde Selbstmord Wer weiß es besser als ich, dass der arme Lord Frederick Woodville sehr gegen seinen Willen aus dem Leben abberufen wurde Aber ich denke, Watson, wir steigen wieder in den Zug, damit wir endlich einmal ans Ziel kommen Der Detektiv und der Doktor kletterten in den bereitstehenden Wagen und langten eine halbe Stunde später in Monte Carlo an Hotel de Paris, rief Holmes, als er durch das von elegant aussehenden Lohndienern und Hotelportiers gebildete Spalier schritt Hotel de Paris Der Abgesandte des Hotels meldete sich sofort und führte die beiden Ankömmlinge zu einem Omnibus, der es in kurzer Zeit nach dem Hotel brachte Holmes nahm zwei Zimmer und betonte, dass er sehr gerne in der ersten Etage wohnen möchte Das leidige Asthma zwinge ihn dazu Im Übrigen schrieb er sich sogleich in das fremden Buch des Hotels ein Thomas Smith, Kaufmann aus London und sein Bruder Harry Er erhielt in der ersten Etage zwei Zimmer, die den Gemächern, welche Lord Woodville bewohnt hatte, gerade gegenüberlagen Alles in bester Ordnung, Watson, sagte Holmes, aber jetzt geben Sie Acht Sie müssen mich von nun an Thomas nennen und duzen Sehr wohl, Thomas Erzählen Sie den Leuten, falls Sie sie fragen sollten, eine rührende Geschichte von unserer Mama, die kurz nach ihrer Geburt gestorben sei Ich werde Ihnen sogar zählen, wenn ihr wünscht, dass sie vor meiner Geburt gestorben ist, erwiderte Watson Holmes lachte sein behagliches, lautloses Lachen Er wusch sich, kleidete sich an und wandte sich dann an Watson Bleiben Sie jetzt hier Ich gehe zu Miss Nancy Elliott Aus Ihrem Munde muss ich hören, wie es geschehen ist Sie werden gut tun, sich damit zu beschäftigen, die Angeln der Türen unserer Zimmer zu ölen Denn wir können leicht in die Lage kommen, sie bei Nacht sehr lautlos öffnen zu müssen Ich werde die Türen ölen, Bruder, antwortete Watson Sherlock Holmes nickte zufrieden und ging auf den Korridor hinaus Viertes Kapitel Sherlock Holmes arbeitet Erschrecken Sie nicht, Miss Elliott, ich bin es, Sherlock Holmes, den Sie gerufen haben Mit diesen Worten schob sich der Detektiv, nachdem er leise an der Tür angeklopft hatte, ohne dass ein Herein gerufen worden war, durch eine schmale Spalte, die er sich selbst geöffnet hatte Ah, Mr. Holmes, ach Sie, zu spät, zu spät Nancy Elliott war vom Rande des Lagers, auf dem der tote Ruter aufgefahren Wie abwehrend hatte sie die Hände emporgehoben, doch ließ sie dieselben jetzt langsam sinken Das herrliche, schöne junge Weib, welches dem Detektiv im Abglanz ihres Schmerzes noch schöner und reizvoller erschien, als er es jemals auf der Bühne gesehen hatte, glich in diese Momente in ihrer regungslosen Verzweiflung einer Marmorstatue, die ein großer Künstler für die Versinnbildlichung menschlicher Trauer geschaffen hatte Zu spät, wiederholte sie noch einmal Sehen Sie, was Sie aus ihm gemacht haben? Einen stillen, stummen, kalten, bleichen Leichnam, zu spät Nicht zu spät, Miss Elliott, antwortete Holmes, die Hand der jungen Dame ergreifend Wenn auch leider zu spät, um ihn zu retten, ihn vor dem Mordstahl zu bewahren So doch keineswegs zu spät, um ihn zu rächen, das abscheuliche Verbrechen, das man an diesem vortrefflichen Menschen vollbracht hat, zu sühnen Und nur darauf, Miss Elliott, sollten Sie jetzt vollen Wert und Nachdruck legen Sie, welche für Lord Frederick die innig Geliebte waren Und die von ihm, ich darf es Ihnen ja sagen, geliebt und verehrt worden ist, wie selten ein Weib von einem Manne Nancy drückte ihr Taschentuch vor die überströmenden Augen Sie sank wieder auf den Rand des Lagers zurück Und krampfhaft schluchzend erzitterte ihr Körper Plötzlich aber streckte sie Holmes beide Hände entgegen und rief Ja, Mr. Holmes, Sie haben recht, ich fühle, dass ich jetzt eine heilige Aufgabe zu erfüllen habe Das Rätsel muss gelöst werden Dieser edle Tote darf nicht in das Grab sinken, ohne dass seinen Mörder die gerechte Strafe ereilt Ich will stark sein Ich will meinem Schmerz dem Wunsche nach Vergeltung unterordnen Gestatten Sie, dass ich Ihnen meine Bewunderung ausdrücke Rief Holmes Das ist zielbewusst gesprochen und so zu reden ist nicht jedes Weibes Sache Und nun, Miss Elliott, lassen Sie mich vor allem einen Blick auf den armen Toten werfen Ganz recht, er ist von rückwärts ermordet worden Offenbar hatte er keine Ahnung, dass der Mörder hinter ihm stand und den tötenden Stahl zückte Meiner Meinung nach hat man ein italienisches Stilett dazu gebraucht Das ist wahr, versetzte Miss Elliott Die Mordwaffe befindet sich bereits im Besitzer des Polizeipräfekten von Monte Carlo Ebenso die Uhr und die Brillantnadel, die man Frederick geraubt hat Geraubt, rief Holmes betroffen aus Man hat also mit dem Morde einen Raub verbunden Ganz gut, der Täter wollte also Glauben machen, dass es sich hier um einen Raubmord handelte Aber ich beteuere Ihnen, Miss Elliott Dass demjenigen, der den Auftrag zu diesem Verbrechen gab An den kleinen Odien des Lords nicht das geringste gelegen war Aber es fehlen auch mehr als 35.000 Frans, die Frederick am Vormittag in der Spielbank gewonnen hatte Das ändert nichts an meiner Auffassung Entweder hat man den Diebstahl begangen, um das Verbrechen zu verschleiern Oder aber Die ausführende Hand war zugleich eine diebische Hand Und hat auf eigene Faust das Nützliche mit dem, nun wie soll ich sagen, Notwendigen verbunden Doch jetzt, Miss Elliott, erzählen Sie mir alles Schildern Sie mir den Verlauf des gestrigen Tages Schildern Sie mir ihn möglichst genau Die junge Künstlerin winkte Holmes ließ sich auf einen kleinen Sessel nieder Und Miss Elliott begann ihren Bericht Sherlock Holmes saß, das Haupt auf die Brust geneigt, fast bewegungslos da Während Nancy beinahe eine halbe Stunde lang mit leiser Stimme sprach Sie erzählte gut, pointiert, ohne Überflüssiges zu erwähnen Und einige Male nickte er Holmes sogar zu und sagte Sehr anschaulich, weiter, vortrefflich, ich verstehe alles Das ist alles, was ich Ihnen berichten kann, schloss Nancy Ich selbst vermag mich aus diesem Labyrinth von Tatsachen nicht herauszufinden Aber Sie, Mr. Holmes, besitzen den Faden des Genies Der auch durch das tiefe Dunkel zum Licht führt Der Detektiv hatte sich erhoben Er schritt im Zimmer umher und ließ seine mageren Finger knacken Nun, vorläufig, antwortete er, das Gesicht in tausend Falten gelegt Ist dieser Faden noch an einigen Stellen unterbrochen und muss zusammengeknüpft werden Ob mir das gelingen wird? Ich hoffe, er ist zuversichtlich Das ist gut, das ist famos, das ist eine neue Idee Gar nicht übel gemacht, gar nicht übel Holmes hatte plötzlich einem Einfallfolgen zu laut aufgelacht Dass Nancy ihn ganz betroffen, ja sogar ein wenig entrüstet ansah Entschuldigen Sie, Miss Elliot, rief Holmes, indem er vor sie hintrat Ich weiß, dieses Gelächter war in Gegenwart des Toten und im Angesicht ihres Schmerzes sehr deplatziert Aber in diesem Falle konnte ich nicht an mich halten Wissen Sie, warum ich gelacht habe, Miss Elliot? Über den ausgezeichneten Einfall des Mörders Sich mit dem Hoteldirektor sogleich nach der Tat telefonisch verbinden zu lassen Um ihm von dem Morde die Anzeige zu machen Diese Handlungsweise erscheint mir unbegreiflich, rief Nancy Wissen Sie, Mr. Holmes, darin liegt eine Art bodenloser Frechheit Dieser blutbefleckte Mörder wollte uns gleichsam verhöhnen Oh, ganz und gar nicht, antwortete Holmes Das liegt viel tiefer Und der Bursche hat ganz ausgezeichnet kalkuliert Wird übrigens höchstwahrscheinlich nicht aus seinem eigenen Kopf gekommen sein Sondern wahrscheinlich aus dem des Anderen Welches Anderen? Ich unterscheide jetzt zwei Leute, die an diesem Verbrechen teilgenommen haben Der eine, der das Interesse hatte, es begehen zu lassen Und der andere, der es für Geld und gute Worte begangen hat Und wissen Sie, Miss Elliot, weshalb dieser Zweite an den Hoteldirektor telefoniert hat? Weshalb er den Direktor geradezu aufgefordert hat, im Zimmer des Lords nachzusehen Um sich zu überzeugen, dass wirklich Lord Frederick Woodville ermordet worden sei? Aus keinem anderen Grunde, als dass die Abendblätter noch die Nachricht von dem Tode des Lords bringen sollten Aber welches Interesse kann denn dieser verworfene Mensch daran haben? Seine abscheuliche Tat noch durch die Zeitungen ausposaunen zu lassen Er hatte das Interesse daran, seinen Auftraggeber, der sich nicht in Monte Carlo befand Wissen zu lassen, dass er den verabredeten Zeitpunkt inne gehalten hat Er war zu schlau und vorsichtig, ein Telegramm abzuschicken Er fürchtete sich dadurch zu verraten, selbst wenn er das Telegramm schiffriert und an eine Deckadresse gesandt hätte Aber sehen Sie, Miss Elliot, indem er dafür sorgte, dass die Abendblätter schon Kunde von dem Mord hatten Ermöglicht er ihr es dem Vertreter der Times in London oder des Figaro in Paris Oder der anderen großen Zeitungen, welche ständig Korrespondenten in Nizza und Monte Carlo haben Die Nachricht sofort telegrafisch an ihre Blätter abzugeben Nun konnte er ganz sicher sein, dass man von dem Tode des Lords am nächsten Morgen schon in London und Paris erfahren würde Einen anderen Zweck kann dieser telefonische Anruf des Hoteldirektors nicht haben Ich bin dessen ganz gewiss, ich gehe nicht fehl Ich bewundere Ihr Genie, Mr. Holmes Ich danke Ihnen, Miss Elliot, aber das ist mehr Routine des Geistes Es ist ganz einfach, sich jeder Angelegenheit gegenüber zu fragen Wozu ist es geschehen? Welchen Zweck kann man damit verfolgen? Wenn man dann nach und nach eine Möglichkeit nach der anderen ausscheidet Wird man früher oder später auf das Richtige kommen Doch jetzt, Miss Elliot, eine wichtige Frage Ist es möglich, das Zimmer zu betreten, wo der Mord geschehen ist? Ich habe zwar gesehen, dass der Polizeipräfekt an die nach dem Korridor führende Tür das Siegel angelegt hat Aber ich denke mir, Miss Elliot, verzeihen Sie mir ein klein wenig Indiskretion Dass ihre Gemächer mit denen des Lords in Verbindung gestanden haben werden Eine zarte Röte bedeckte für einen Moment Nancys Wangen Dann aber erhob sie sich und stieß hervor Folgen Sie mir, ich werde Sie trotz des peinlichen Siegels in das Arbeitszimmer meines armen Frederick führen In welchem Gemach befinden wir uns hier? Im Schlafzimmer des Lords Ich habe seinen Leichnam auf sein Bett bringen lassen Und hier fuhr Nancy fort, indem sie eine Seitentür öffnete Durchschreiten wir meinen Salon und gelangen dann in mein Schlafzimmer Hinter demselben liegt mein Badezimmer und dann mein Toilettzimmer Dieses Letztere stößt aber an den Salon, der zu den Gemächern Lord Fredericks gehört Ah, ich begreife Stieß Holmes hervor Wenn Lord Fredericks sich zu Ihnen begeben wollte, ohne durch den Korridor zu gehen Durchschritt er den Salon, ihr Toilett und Badezimmer und befand sich bei Ihnen Noch einmal bitte ich Sie um Entschuldigung Aber wir Detektiv sind nun einmal von einer verletzenden Indiskretion Und auch von einer Neugierde Welche verletzen könnte, wenn man sich nicht sagen müsste Dass gerade diese Neugierde der menschlichen Gesellschaft zum Segen gereicht Doch nun sagen Sie mir Waren Ihre Gemächer verschlossen, als Sie in Begleitung des Obersten und seiner Familie nach Kap Martin fuhren Konnte man nicht hineingelangen? Unmöglich Antwortete Nancy Denn die auf den Korridor führenden Türen waren alle verschlossen Ich besitze recht wertvolle Brillanten und führe deshalb meine eigenen Sicherheitsschlösser bei mir Welche mit keinem anderen Schlüssel zu öffnen sind Während Holmes und Nancy so sprachen, waren sie nach dem Toilettzimmer gekommen Ein kleiner Raum, in dessen Mauern tiefe Schränke eingelassen waren Sehen Sie, sagte Nancy auf eine Tapetentür deutelnd, durch diese gelangt man in den Salon des Lords Und diese Tapetentür war niemals verschlossen Nancy verschleierte ihre Augen mit den wunderbaren langen seidenen Wimpern und antwortete leise Niemals Würden Sie nicht die Güte haben, Miss Elliot, bat jetzt Holmes, und mir einmal die Türen dieses Schmuckkasten zu öffnen Sie werden da nichts anderes sehen als Kleider, gab Nancy zur Antwort, als nur meine Toiletten, die Sie jedoch herzlich wenig interessieren würden Übrigens sind ja alle Schränke unverschlossen, wie Sie sehen Da diese Toilettzimmer nur durch meine Gemächer zu erreichen war Und diese immer unter Kontrolle gehalten wurden, hatte ich ja keinen Anlass, an den Dieb zu fürchten So mache ich mir selbst die Schränke auf und öffne die Flügel Ein berauschendes Parfum strömte Holmes entgegen Ich muss Ihnen einen Schmerz bereiten, Miss Elliot, sagte der Detektiv Ich muss nämlich einige dieser Kleidungsstücke herausnehmen, ich werde mir aber Mühe geben, sie nicht zu beschädigen Verfahren Sie damit ganz nach Belieben, antwortete die schöne junge Künstlerin Solange er lebt, habe ich mich gern voller Stolz damit geschmückt Aber jetzt haben diese Kleider kein Interesse mehr für mich Meine Farbe wird die Farbe der Witwe sein, keine andere Weinend wandte sich Nancy ab und versuchte, ihres aufs Neue hervorbrechenden Schmerzes Herr zu werden Holmes ging mit großer Ruhe daran, die duftenden Toiletten aus dem besonders breiten Schrank herauszunehmen und sie über einen Sessel zu werfen Dann stieg der Detektiv zum größten Erstaunen Nancys selbst in den Schrank und verschwand hinter den Kleidern, die noch darin hingen Plötzlich hörte Nancy das Knacken von Fingern und dann Holmes sagen Oha, das ist von langer Hand vorbereitet worden Der Mörder hat es wahrhaftig nicht schwer gehabt, sich in die Gemächer Lord Woodworth hineinzustellen Er konnte zu jeder Zeit, wenn es ihn beliebte, hinter dem Sessel des Lords auftauchen Und unmittelbar nachdem Holmes diese Worte gesprochen hatte, schlug er die seidenen Röcke zurück Und sein scharf geschnittenes Gesicht erschien im Rahmen einer eleganten Robe Dieses Gesicht sah beinahe vergnügt aus Jedenfalls aber spiegelte sich in den Zügen des Detektivs das Gefühl des Triumphes wieder Haben Sie etwas Wichtiges entdeckt, Mr. Holmes, stieß Nancy betroffen hervor Gewiss etwas Wichtiges, gab Holmes zur Antwort Ich kenne jetzt ganz genau den Weg, den der Mörder genommen hat, um sich in die Gemächer des Lords zu schleichen Ich muss Sie bitten, Miss Elliot, mich für ein paar Minuten zu entschuldigen, denn ich habe Lust Den Weg entgegengesetzter Richtung zu gehen, um dorthin zu gelangen, woher der Mörder ausgegangen ist Also erwarten Sie mich hier, Miss Elliot Holmes verschwand wieder hinter den seidenen Gewändern Dann vernahm Nancy ein Rascheln, wie es eine große Ratte hören lässt Wenn sie im Schlupfwinkel verschwindet und dann wurde es wieder still Nancy konnte dem Wunsch nicht widerstehen zu sehen, wohin Holmes gegangen sei Schnell räumte sie auch die übrigen Kleider aus dem Schrank heraus Und nun gewahrte sie eine große, fast kreisrunde Öffnung, welche in die Mauer kunstgerecht hineingebrochen worden war In dieselbe Mauer, welche die Rückwand des Schrankes bildete Mr. Holmes, rief Nancy durch die Öffnung in die Tiefe hinab Wo sind Sie? Um Gottes Willen nennen Sie meinen Namen nicht, klang es von unten herauf Ich befinde mich auf dem allerbesten Wege Hier sind nämlich Eisenstäbe in die Mauer eingeschlagen Und ich kann ganz bequem hinabsteigen So, da bin ich, fügte der Detektiv nach zwei Minuten hinzu Ich stehe auf einer Holzverschalung, welche die Form eines Quadrates und die Größe einer großen Tischplatte besitzt Ganz ausgezeichnet Dieser Holzdeckel ist von unten abzunehmen und ist vom Mörder abgehoben worden So, daß er von dort in die Gemächer des Lords gelangen konnte Was aber befindet sich unter der Holzverschalung? Fragte Nancy erregt Das werden wir sogleich haben Gab der Detektiv zur Antwort Die Holzplatte ist aus vier Teilen zusammengefügt Und einen derselben werde ich mittels der ausgezeichneten Werkzeuge, die ich bei mir führe, beseitigen können Dann werde ich bequem einen Blick nach unten erlangen Nancy hörte das Klirren eines stählernen Instrumentes Dann einen ganz leisen, dumpfen Knall Und dann vernahm sie wieder Homs Stimme, die ihr zurief Wissen Sie, was ich sehe, Miss Elliot? Absolut nichts, aber rein gar nichts Ich blicke in einen dunklen Raum Indessen werden wir sogleich Licht ins Dunkel bringen Fügte der Detektiv hinzu Ich habe nämlich meine elektrische Taschenlaterne bei mir Und die wird mir sehr gute Dienste leisten Nancy, welche sich mit halbem Leibe durch die Mauereröffnung hinausgebeugt hatte Sah unten ein Licht aufblitzen Im nächsten Moment hörte sie das lautlose Lachen Sherlock Holmes Und dann seinen Ausruf Eine Telefonzelle Dort ist der Apparat befestigt Die Wände sind mit Filz ausgeschlagen Darüber ein kleines Pult für das Telefonregister Und Gelegenheit zu etwaigen Notizen Doch das genügt noch nicht Ich muss auch wissen, zu welchem Raum des Hotels diese Telefonzelle gehört Holmes zwängte seinen überschlanken Körper durch die Öffnung, die er selbst durch das Abheben der Platte gebildet hatte Dann ließ er sich hinabgleiten Wenige Minuten später stand er in der Telefonzelle Die er mittels seiner elektrischen Laternen nochmals gründlich beleuchtete Von hier aus also ist der Bursche emporgestiegen Das war wahrhaftig nicht schwer Murmelte Holmes Nachdem er einmal die Vorarbeiten beendet hatte Die nicht länger als eine Stunde in Anspruch genommen haben können Er hatte ja nur den hölzernen Plafond der Zelle abzuheben Konnte er sich von dem Pult da, auf dem das Telefonregister liegt Bequem hinaufschwingen Doch nun will ich sehen, welche Bewandtnis es mit dieser Telefonzelle hat Und in welchem Winkel des Hotels sie liegt Holmes ließ das Licht der elektrischen Laterne verschwinden Dann dieser selbst in seiner Rocktasche Legte das Gesicht in würdevolle Falten Und öffnete die mit starkem Filz beschlagene Tür Im nächsten Moment blieb er ein wenig betroffen stehen Er befand sich im Lesesaal des Hotels de Paris Der außerordentlich elegant eingerichtet war In der Mitte große grüne belegte Tische Um dieselben herum Sessel In den Winkeln des Saales Entzückende Nischen und bequeme Foteus Kurz, alles um sich einer ungestörten Lektüre widmen zu können Auch jetzt befand sich eine ganze Anzahl Herren und Damen im Lesesaal Die in illustrierten Journalen oder Zeitungen blätterten Und Holmes, der langsam über den weichen Teppich Dem Ausgang des Saales zuschritt Nicht im geringsten beachteten Holmes begab sich, ohne sich aufzuhalten Nach dem Vestibül Hier klopfte er an einer Tür An der auf einem eleganten Glasschilde in Goldschrift Die Worte standen Hoteldirektion Verzeihen Sie Sagte Holmes Indem er sich dem an dem Schreibtisch sitzenden Hoteldirektor näherte Habe ich das Vergnügen, den Direktor des Hotels zu sprechen Der bin ich, mein Herr Wollen Sie nicht die Güte haben und Platz nehmen? Thomas Smith ist mein Name Sagte Holmes Ich bin erst vor etwa zwei Stunden mit meinem Bruder in Monte Carlo eingetroffen Und in Ihrem Hotel abgestiegen Ich erinnere mich, mein Herr Gab der Direktor zur Antwort Hoffentlich sind Sie mit den Zimmern, die man Ihnen eingeräumt hat, zufrieden? Die Zimmer sind gut Gab Holmes zur Antwort Aber ich muss Ihnen dennoch eine kleine Beschwerde vorbringen Oh, das täte mir aufrichtig leid Ich wollte soeben das Telefon des Lesesaales benutzen Fuhr Holmes fort Aber dasselbe funktioniert nicht Der Apparat ist ganz und gar verdorben Ich bitte um Entschuldigung Erwiderte der Direktor Ich werde den Schaden sofort beheben lassen Indessen muss ich mich sehr wundern, dass gerade dieser Apparat nicht funktionieren sollte Denn erst gestern war ein Angestellter der Telefonzentrale hier Und hat mehr als eine Stunde lang die Telefonzelle okkupiert, um den Apparat zu reparieren Ich danke Ihnen für diese Mitteilung Antwortete Holmes sich leicht verbeugend Jetzt, Herr Direktor, will ich Ihnen unter Diskretion meinen wirklichen Namen anvertrauen Denn wir werden uns bekannt machen müssen Ich bin der Detektiv Sherlock Holmes aus London Und der Telefonarbeiter, der eine Stunde lang den Apparat in ihrem Lesesaal bearbeitet hat War der Mörder Lord Frederick Woodwilfs Fünftes Kapitel Am grünen Tisch Die Säle der Spielpunk von Monte Carlo erstrahlten in einem Meer von Licht Die grünen Tische waren dicht umlagert Elegante Männer in Frackanzügen oder Smokings Frauen und Mädchen in exquisiter Toilette wetteiferten miteinander Dem goldenen Götzen, dem in diesem Haus einer der herrlichsten Tempel erbaut ist, zu opfern Soeben war die große Oper von Monte Carlo Die in einem Anbau des Casinos untergebracht ist, beendet Immer wieder und wieder öffneten sich geräuschlos die Türen Um neue Gäste einzulassen Neue Spieler, neue Opfer Jugend, Schönheit, Reichtum Mehr oder minder berechtigt zur Schau getragen Vornehmheit vereinigten sich hier Um eine jener großen Orgien zu feiern Welche bedenklicher sind als jeder andere Eine Orgie der Spielwut Und doch kann man sich nichts Anmutigeres denken als diesen Damenflor Der die Spielsäle von Monte Carlo durchwog Als das ganze farbenprächtige Bild Welches dieses in Marmor und goldstrotzenden Räume bietet Wenn sie während des Abends feenhaft erleuchtet sind Und wenn sie angefüllt sind von Tausenden und Abertausenden Welcher der große Magnet von Monte Carlo hierher gezogen hat Der grüne Tisch An den langen grünen Tischen, an denen sich das Roulette erhebt, sind die Kropiers verteilt Es sind tadellos aussehende Herren, die ihr Geschäft mit erstaunenswerter Geschicklichkeit Und mit vollkommener Kühle ruhig verrichten Sie sorgen dafür, dass die Einsätze flott und richtig besorgt werden Und legen die Kugel in das sausende Roulette nieder So wie die Kugel zum Stillstand gekommen ist Verkünden sie mit lauter Stimme das Resultat Und dann klirrt das Gold Die Banknoten rauschen Die glücklichen Spieler streichen ihren Gewinn Ein, die anderen müssen mit ansehen Wie die Haken der Kropiers Über den grünen Tisch mit einer großen Schnelligkeit Über die Goldfeder dahinfahren Und erbarmungslos alles einstreichen, was ihnen gehört Das heißt alles, was übrig geblieben ist Nur eine halbe Minute nimmt das Ganze in Anspruch Dann ertönt von Neuem die Stimme der Chefs der Partie Monsieur, faire votre jeu Und auf jedem Angesicht prägt sich die Spielbegierde von Minute zu Minute deutlicher aus Hier widerwärtig abstoßend wirkend Dort die Schönheit eines Mädchen angesichts noch erhöhend Noch reizvoller, noch pikanter machend Der Spieler von Profession drängt sich an einen der Spieler heran Und flüstert ihm mit leiser Stimme zu Setzen Sie zero, mein Herr, unbedingt zero Um Gottes Willen nichts als zero In 27 Teilen ist sie jetzt nicht gekommen Das ist unerhört in der Spielgeschichte von Monte Carlo Und aus seelvollen Augen blickt die Pariser Demi Mondaine zu ihrem eleganten Begleiter auf Und fragt ihn mit diesem Blick, ob sie noch einmal ihr Glück versuchen solle Und der Kavalier greift ruhig in seine Westentasche Er zieht einen 1000 Frans Schein heraus Und übergibt ihn mit einer leichten Verbeugung seiner Dame Ein junges deutsches Ehepaar Bei der sehen wie blonde große Kinder aus Das sich auf einer Hochzeitsreise nach Monte Carlo verehrt hat Überzählt ängstlich seine Barschaft Soll man es noch einmal versuchen? Es wäre so schön, den Verlust wieder herein zu bekommen Gehen wir, flüstert das junge Weibchen Den Arm ihres Gatten ergreifend Zu Hause ist es doch um vieles schöner Aber ich möchte dir doch so gern den Brillantschmuck kaufen Den wir draußen im Foyer gesehen haben Nur einmal noch, nur einmal Und sie lässt ihn noch einmal sein Geld verlieren Wie eine düstere Medusa sitzt eine hagere Engländerin Auf ihrem Sessel dicht bei dem grünen Tisch Ihre Stirn ist in zahllose Falten gelegt Ihre Augen ruhen kalt und undurchdringlich auf dem Roulette Als wollte sie mit ihren Minen das eiserne Ungeheuer zu ihrem Willen zwingen Eine üppige Pariserin, die sich einem jungen Italiener angefreundet hat Erklärt ihm, der sich zum ersten Mal in Monte Carlo befindet, das Spiel Sie macht ihm den Vorschlag, um Kompanie zu spielen Das Glück zu versuchen Einige Schritte von dem grünen Tisch entfernt Steht ein deutscher Offizier in Zivil Er streitet auf Tod und Leben mit einem heißblütigen Spanier Den er beschuldigt, ihm seinen Gewinn vor der Nase fortgenommen zu haben Incroyable, incroyable, ruft der Deutsche Der in dessen Räumen prinzipiell, wenn auch miserabel, Französisch spricht Incroyable, Monsieur, vous avez mon argent Der Spanier, ein Gauner, der sich auf diese Weise allabendlich ein ganz hübsches Sümmchen sichert Zuckt die Achseln, wendet sich ab und verschwindet im Gewühl Das sind die Szenen, welche sich immer in diesen Räumen abspielen Die man immer wieder hier erblicken kann Der hohe Herr, der in einem etwas nachlässig sitzenden schwarzen Rock von einem Tische zum anderen geht Niemals spielt, sondern nur beobachtete Scheint sich vorgenommen zu haben, den Menschen hier in Monte Carlo zu studieren Seine klugen, grauen Augen mit dem durchdringenden Blick Heften sich bald auf den, bald auf jenen, als suchten sie etwas Schließlich gelingt es diesem Herrn, sich in die vorderste Reihe eines Roulette-Tisches vorzuschieben Wo er stehen bleibt Er betrachtete mit einem flüchtigen, aber sehr informierenden Blick seine Umgebung Neben ihm sitzt eine Pariser Kokette Sie ist elegant, schick, nicht allzu auffallend gekleidet Ihre gepflegten Finger, denen man die tägliche Maniküre anmerkt Sind mit kostbaren Brillantringen geschmückt Vor ihr liegt ein Haufen Goldstücke und ein Bündchen Banknoten Sie spielt ruhig Der Verlust scheint sich nicht besonders aufzuregen Auf der anderen Seite des hageren Mannes hat ein dicker Berliner Aufstellung genommen Und verteidigt hartnäckig seine Position gegen alle hinter ihm Stehenden Immermann sagt er, meine Herrschaften, sagt er Einer nach dem anderen, vorläufig bin ich der andere Aber sie kommen auch noch daran Denn ein Portemonnaie ist auch kein Reptiergewehr Einmal werde ich mein Pulver auch verschossen haben Diese beiden Leute beachtet der hagere Mann wenig Sie scheinen gar kein Interesse für ihn zu haben Dagegen blickt er scharf zum gegenüberliegenden Platz hinüber Dort steht ein Mann, der ihn weit mehr zu interessieren scheint Ah, der Mann spricht nur Französisch Aber Holmes, der stille Beobachter, ist kein anderer als der Detektiv Hört aus wenigen Worten heraus, dass sein Gegenüber kein geborener Parise ist Sondern ein Engländer Denn er spricht das Französische mit einem ausgeprägten englischen Akzent Und doch verwendet er hin und wieder Worte, die, wie Holmes weiß, nur ein geborener Pariser kennt Worte, die man niemals in den feinen Kreisen von Paris hört Sondern nur in den Vorstädten Ein Engländer, der solche Worte kennt Der seine französische Sprache mit solchen Ausdrücken bereichert hat Muss ohne Zweifel längere Zeit in Paris gelebt haben Und zwar, wie Holmes annimmt, in keineswegs glänzenden Verhältnissen Denn dort, wo er solche Ausdrücke lernen kann Leben nicht die Reichen und Vornehmen Das Alter des Mannes schätzt Holmes auf etwa 28 Jahre Die Gesichtsfarbe des Fremden ist auffallend, blass Der dunkle Bart, den er trägt, erst im Entstehen begriffen Sherlock Holmes gibt ihm keine drei Monate Alter Diesem flockigen Bart, der den Fremden aber nicht überkleidet Er ist überhaupt ein hübscher Bursche Und Holmes kann sich nicht klar darüber werden An welche Augen die jenen Mannes ihn erinnern Es sind braune Augen, wie man sie selten findet Er fremd ist tadellos, elegant gekleidet Er trägt einen Frack, hohen Kragen und weiße Krawatte In der rechten Hand hält er eine Brieftasche Diese Brieftasche ist ganz neu Sie kann erst vor einigen Tagen gekauft worden sein Wie Holmes sogleich feststellt Sie enthält offenbar eine beträchtliche Anzahl von Banknoten Da stellt Holmes mit einem schnellen prüfenden Blick fest Während der Fremde einmal seine Brieftasche weit öffnete Holmes verlässt nun seinen Platz Er umschreitet den Spieltisch und kommt auf die andere Seite Mit Mühe gelingt es ihm vorzudringen Bis er dicht hinter dem Fremden steht Wieder öffnet dieser seine Brieftasche Zieht eine 1000-Frauen-Note heraus Und wirft sie auf die Zahl Nummer 7 Die Kugel schwirrt durch das Roulette Sie hüpft von einem Feld auf das andere Es herrscht lautlose Stille Dann verkündet der Kruppier mit lauter Stimme Sepp, Nummer 7 hat gewonnen Der Fremde hat einen 35-fachen Einsatz erbeutet Papier oder Gold? Fragt ihn der Chef der Partie Der die Kasse führt Gold, wenn ich bitten darf Antwortete der Fremde Mit der Hake schiebt ihm der Kruppier sieben Rollen hinüber Von welcher jede 5000 Franc in Louis-Dor enthält Der Fremde akzeptiert ohne weiteres die Rollen Die Spielbank hat sie gezählt Hat sie gesiegelt Da fehlt kein Goldstück an der Summe Entschuldigen Sie, mein Herr Rief plötzlich Sherlock Holmes dem Fremden ins Ohr Aber das alte Sprichwort wird bei Ihnen zur Wahrheit Spinne am Abend erquickend und labend Es kriecht nämlich eine Spinne auf Ihrem Kragen herum Wenn Sie gestatten, werde ich Sie von derselben befreien Sie sind zu liebenswürdig, mein Herr Antwortete der Fremde, der die Goldrollen Schon in seiner Hosentasche versenkt hatte Darf ich Sie wirklich bemühen? Ohne weiteres, das ist ja nur ein kleiner Dienst Holmes bürstete dabei an dem Kragen des Fremden herum Dabei bog er für einen Moment Den steif gebügelten Rockkragen des Smokings herum Und sagte, jetzt hat sich die Spinne hinunter geflüchtet Warten Sie, mein Herr Ich werde sie sogleich haben Ja, nun habe ich sie auf die Erde geworfen Ich werde sie tot treten Besten Dank, mein Herr Ich bin Ihnen wirklich sehr verbunden Denn ich muss Ihnen gestehen, dass ich die Spinne durchaus nicht leiden kann Ah, da tun Sie sehr unrecht daran, mein Herr Antwortete Holmes Die Spinne ist weit besser als Ihr Ruf Und ich sehe gar nicht ein Weshalb es so viele Menschen gibt Die solche Angst vor diesem nützlichen Tier haben Sie werden aber gut tun zu setzen Wenn Sie weiterspielen wollen, mein Herr Fuhr Holmes nach einer kleinen Pause fort Man beginnt schon wieder aufs Neue Noch einmal meinen besten Dank Versetzte der Fremde Dann wandte er sich wieder dem grünen Tische zu Holmes aber prägte in diesem Moment seinem Gedächtnis fest die Worte ein Flint Brothers London Piccadilly Street 33 Holmes wusste jetzt, was er wissen wollte Der Smoking des Fremden, der noch ganz neu war Wurde in London angefertigt Dieser Mann hat sich also noch vor kurzer Zeit in London aufgehalten Der Fremde spielte weiter Aber das Glück wandte sich jetzt energisch gegen ihn Er hatte sich offenbar vorgenommen, die Bank zu sprengen Denn er spielte das Maximum, welches am Roulette zulässig war, nämlich 4000 Fr. Und verlor, so oft die eiserne Mühle klapperte Holmes schien außerordentliches Interesse an dem Glück und Ende dieses Spieles zu nehmen Er beobachtete nämlich alle Bewegungen Und ganz besonders, wenn der Mann mit dem bleichen Gesicht und dem leichten Anflug eines Vollbartes Seine Brieftasche öffnete Konnte er sich der Detektiv nicht versagen, einen langen Hals zu machen und über seine Schulter zu sehen Vorläufig freilich ließ der Fremde die Brieftasche noch außer Gefechtslinie Denn er verspielte erst das Gold, welches er von der Bank erhalten hatte Und erst, als eine Rolle nach der anderen zu ihrer Quelle zurückgewandert war Öffnete er das Portfolio und zog eine 1000-Frontnote hervor Holmes hatte einen Bleistift aus der Tasche gezogen Und auf seine Manschette machte er einen Strich, wenn der Fremde eine 1000-Frontnote dem grünen Tisch opferte Schon waren 30.000-Frontnoten dahin Und Holmes entging es nicht, dass sich des Spielers eine gewisse Unruhe bemächtigte Um die Mundwinkel des Mannes zuckte es, seine Brauen zogen sich düster zusammen Und seine fein geschnittenen Nasenflügel vibrierten Holmes machte den 31. Strich Der Fremde ließ eine Taille vorübergehen, ohne sich an derselben zu beteiligen Er schien mit sich zu kämpfen, ob er weiterspielen sollte oder nicht Dann opferte er den 32. 1000-Frontschein Ihm folgte sehr bald der 33. Und Sherlock Holmes machte wenige Minuten später den 34. Strich auf die Manschette Jetzt öffneten sich die Augen des Detektivs weit Es spiegelte sich in ihnen eine fieberhafte Spannung wieder Es war, als käme es Holmes darauf anzusehen Ob der Fremde jetzt noch einen 1000-Frontschein aus dem Portfolio herausziehen Und was er dann beginnen würde, wenn er auch dieser den Weg der Spielbank gegangen sei Holmes brauchte nicht lange zu warten Aus der wesentlich zusammengeschrumpften Brieftasche Zog der Fremde noch einen 1000-Frontschein und warf ihn mit zwei Fingern auf Zero Holmes bannte förmlich die Roulette-Kugel mit seinen Blicken Wenn er nur nicht gewinnt, er darf nicht gewinnen, flüsterte er ganz leise, so leise, dass die Umstehenden und am allerwenigsten der Fremde seinen frommen Wunsch hören konnten Gewinnt er, so bleibt meine Beobachtung fraglich Verliert er, dann ... Da verkündete der Kruppier das Resultat Der Fremde hatte verloren Entschuldigen Sie, mein Herr, sagte er im selben Moment zu Holmes, wollen Sie die Güte haben, mir Platz zu machen? Es ist zu heiß hier im Saale und ich muss hinaus, um Luft zu schöpfen Ich bitte sehr, mein Herr, antwortete Holmes verbindlichst und fuhr mit der Rätseligkeit eines Kleinstädters fort Sie können sich gar nicht denken, wie ich mich über ihr Spiel aufgeregt habe Nein, wenn man sieht, wie das schöne Geld in die Kasse der Bank wandert, bekommt man ein wahres Fieber Auch wenn das Geld nicht das eigene ist So, so, lachte der Fremde, das ist wahr, Sie haben ganz recht, mein Herr Guten Abend, mein Herr Und er bahnte sich rücksichtslos den Platz durch die Menge, welche die Spieltische umgab und eilte, so schnell er es vermochte, dem Ausgang der Türe zu Holmes blieb hinter ihm Um keinen Preis der Welt hätte der Detektiv diesen Mann aus den Augen gelassen Es war immer derselbe Gedanke, der Holmes in diesem Moment beschäftigte Und dieser Gedanke drängte sich zusammen in einer einzigen Zahl Und diese Zahl hieß 35 35.000 Fr. hatte der Fremde verloren 35.000 Fr. hatte der ermordete Lord Frederick Woodville in den Morgenstunden des so verhängnisvollen Tages, an dem er durch Mörderhand sein Leben beschließen musste, gewonnen 35.000 Fr. sind 1.000 Fr. scheinen Einen nach dem anderen hatte der Fremde auf den Tisch geworfen Und 35.000 Fr. waren es, welcher der Lord an jenem Morgen nachweislich nach Hause gebracht hatte Das hatte Holmes aus dem Munde Miss Elliotts erfahren Und Nancy war in diesem Falle eine Berichterstatterin, an deren Zuverlässigkeit nicht zu zweifeln war Holmes sah seinen Mann durch das Foyer gehen und in die Toilette treten, in welcher man die Mäntel ablegte Es dauerte nicht lange, so kam er, mit Mantel und Zylinderhut bekleidet, wieder heraus Das hatte nur eine Minute gedauert, aber diese eine Minute hatte Holmes genügt, sich an einen Schönling zu wenden, der elegant gekleidet Eine Zigarre im Munde, draußen auf der Terrasse stand, die vom Casino zu dem Hotel de Paris hinüberführte Watson, flüsterte Holmes dem Doktor zu Ein Herr wird zugleich an Ihnen vorübergehen Fahles Gesicht, ganz jungen, dunklen Vollbart Gehen Sie ihm nach, während ich mir meine Sachen hole Und benachrichtigen Sie mich dann, welchen Weg er eingeschlagen hat Sie können sich auf mich verlassen, Holmes, lautete die leise Antwort Holmes trat hinter eine Säule, ließ den Fremden ruhig an sich vorübergehen, gab Watson ein Zeichen, dass dies der Mann sei, den er im Auge halten solle Und schlüpfte schnell in die Garderobe hinein So schnell er es vermochte, kehrte er zurück und eilte nun die breite Treppe der Terrasse hinunter, die Blicke fest auf den Boden gerichtet Ein kleines, ganz hell leuchtendes Steinchen flimmerte ihm vom Boden entgegen Dreißig Schritte entfernt ein zweites, dann zwanzig Schritte entfernt ein drittes Holmes wusste jetzt, welchen Weg Watson und der Fremde genommen hatten Watson hatte die leuchtenden Steine für ihn ausgestreut, wie er es immer tat, wenn er Holmes einen Weg bezeichnen wollte Diesmal führte der Weg über das Hotel de Paris hinweg nach dem Park Holmes hatte seine Schritte so beschleunigt, dass er am Eingang des Parkes bereits auf Watson stieß Dort, sagte der Doktor und deutete dabei auf eine dunkle Gestalt, die eine herrliche Palmenallee durchschritt Dort ist er Sehr gut, Watson, antwortete Holmes weitergehend und ohne einen Moment stillzustehen Hat der Fremde auf dem Weg mit jemandem gesprochen oder ein Zeichen gewechselt? Weder das eine noch das andere Aber er ging sehr eilig und blickte mehrmals auf die Uhr, als wenn er eine Verabredung einhalten müsse Vortrefflich bleiben sie hinter mir, Watson, im nötigen Abstand Wenn ich sie brauchen sollte, das dritte Signal gilt Watson blieb stehen Holmes allte weiter und befand sich bald nur noch vierzig Schritte hinter dem Fremden Dieser drang immer tiefer und tiefer ins grüne Gewirr des Parkes von Monte Carlo In dieses Paradies von Bäumen und Blumen, dem kein zweites auf Erden glich Man könnte glauben, sagte sich Holmes, dass sein Spielverlust ihn zur Verzweiflung getrieben hat Und er seinem Leben, wie viele andere vor ihm, im Park von Monte Carlo ein Ende bereiten will Aber der Umstand, dass er mehrmals auf die Uhr gesehen, schließt diese Vermutung fast sicher aus Einem Menschen, der mit dem Leben abschließt, ist es gleichgültig, was die Uhr geschlagen hat Ah, er steuert dort auf die Bank zu Die in den von Rhododendronbüschen umgebenem Rondell steht Umso besser, so werde ich mich in der Nähe der Bank verbergen können Holmes schlüpfte in das Gebüsch, während der Fremde ungeduldig neben der Bank auf- und niederschritt Der Detektiv bemühte sich, der Bank näher zu kommen Aber eine Kaktushecke hinderte ihn daran Trotzdem befand sich Holmes etwa nur zehn Schritte von der Bank entfernt Er ließ sich auf die Knie nieder und wartete ruhig, wenigstens um vieles ruhiger als der Fremde Der immer die Uhr hervorzog und ungeduldig mit dem Fuße aufstampfte Und bald nach rechts und bald nach links sich umschaute Es ist klar, sagte sich Holmes Er erwartet hier eine Person Ah, das enttäuscht ein wenig Nichts als ein zärtlicheres Tätertät Verdammt, das wäre wenig Dort, wo das Rondell einen schmalen Weg bis zum Strand hinuntersandte War eine schlanke Frauengestalt aufgetaucht Ein langer, eleganter Mantel umschloss ihre Gestalt Von dem kleinen Hut fiel ein Schleier herab, der ihr Gesicht vollständig verhüllte Endlich! stieß der Fremde hervor und eilte der verschleierten Dame entgegen Du hast mich sehr lange warten lassen Sind wir allein? Ganz allein? Kann uns hier niemand sehen oder beobachten Es gibt keinen einsameren Platz im ganzen Park Hier sind wir sicher Übrigens, was willst du denn? Warum hältst du denn so sehr darauf, mit mir nicht gesehen zu werden? Das fragst du noch? Um deiner schrecklichen Vergangenheit? Um des furchtbaren Hauses Willen, das du erst vor wenigen Wochen verlassen hast? Bah, wer weiß darum Ich spiele den Kavalier, leider nicht mit Glück Du musst mir nochmals aushelfen Deshalb habe ich dir meinen Brief geschickt Und dich hierher gerufen Sträube dich nicht, es muss sein Es wird sein Antwortete die Frauenstimme Bei deren Klang Holmes den Oberkörper streckte und die Augen öffnete Wie ein Schlachtross, das den ersten Trompetenton hört Und nicht mehr zu halten ist Es wird sein, aber nur unter einer Bedingung Und diese Bedingung wäre Du schwörst mir, noch heute Nacht Monte Carlo zu verlassen Das hast du mir zwar schon vor einigen Tagen gelobt Als wir uns auf dem Meere trafen Aber du hast natürlich nicht Wort gehalten Wie immer Du hältst dein Ehrenwort ja niemals Ich bitte keine Beleidigung Und unterlass diese Moralpredigt Gib mir 20.000 Frans Und ich bin in 14 Tagen in Amerika 20.000 Frans? So viel habe ich nicht bei mir Ich habe eine kleinere Summe mitgebracht Warte, ich will nachsehen Sind wir aber wirklich allein? Mich belästigt der Schleier Ich will ihn heben Tu es getrost Ich versichere dir, dass dich niemand sieht Ich verspreche dir auch, heute Nacht noch abzureißen Ich werde dir keine Ungelegenheit mehr bereiten Also, nur schnell Gib mir vorläufig das Geld, was du bei dir hast Morgen kannst du mir auf irgendeine Weise Den Rest der 20.000 Frans zukommen lassen In diesem Moment hob die leise zitternde Hand Des schlanken jungen Weibes den Schleier empor Nancy Elliot rang sich fast entsetzt über die Lippen Sherlock Holmes Seine Unterlippe zitterte Und seine Züge drückten Trauer und Enttäuschung zugleich aus Teufel, in welche Geschichte ist das junge, schöne Weib da verwickelt? Halt! Ihr Gesicht? Und das des Fremden? Die nussbraunen Augen? Hölle und Teufel! Was ist das? Holmes hatte von rückwärts plötzlich einen fürchterlichen Stoß erhalten Und war vorhin übergefallen, sodass er einen Moment mit der Stirn die Erde berührte Eine dunkle Gestalt war über ihn hinweggesprungen Aber auch von allen Seiten stürmten jetzt Männer auf das Rondell zu Und eine befehlende Stimme rief Umzingelt Sie! Sie können uns nicht entkommen! Steht, Miss Nancy Elliot! Ihr seid meine Gefangene! Tölpel von einem Polizeipräfekt Fluchte Holmes, indem er aufsprang Da stürzt sich alles auf ein junges Weib und der andere Hahaha! Er hat einen der Detektivs niedergeschlagen Und ist in die Büsche gesprungen Warte, mein Junge, wenn dich die Jäger nicht fassen So soll wenigstens der Jagdhund hinter dir her sein und deine Fährte verfolgen Holmes sprang über die Kaktushecke hinweg Er fragte nicht danach, dass er sich dabei seinen Anzug zerriss und seine Hände ein wenig ritzte Im nächsten Moment tauchte er im Rondell auf, wo sich in diesem Augenblick eine erschütternde Szene abspielte Nancy Elliot lag bewusstlos in den Armen des Polizeipräfekten von Monte Carlo Umringt von zehn Detektivs, welche ihr die Revolver entgegenstreckten Es wird nicht nötig sein, sie zu fesseln Hörte Holmes den Polizeipräfekten sagen Sie kann uns nicht entgehen, wir haben die Mörderin Lord Frederick Woodwilfs Leute Und haben damit eine Aufgabe gelöst, auf die wir stolz sein können Den Teufel haben Sie gelöst, Herr Polizeipräfekt Rief Holmes, der in diesem Moment seine sonstige Ruhe nicht bewahren konnte Lassen Sie, Miss Elliot, denn sie ist unschuldig an dem Mord des Lords Wie Sie, Herr Präfekt, und ich es sind Denn Mörder des Lords haben Sie soeben entfliehen lassen Dann kümmerte sich Holmes nicht weiter um den Polizeipräfekten und die Detektivs Sondern eilte, so schnell er es vermochte, den Weg zum Strand hinunter Schon hörte er das Murmeln der Wellen Schon erblickte er das vermohnte, beleuchtete Meer Als er plötzlich mit Watson zusammentrallte Und zwar so hart, dass der Junge zu Boden fiel Watson, was soll das? Rief Holmes dem Doktor zu Warum kriechen Sie mir denn zwischen den Beinen herum, da ich ihm auf der Fährte bin? Wem, Holmes? Fragte Watson, indem er sich vom Boden erhob Meinen Sie denn den Fremden, den wir vorher verfolgt haben? Ja, ihn, ihn, sind Sie ihm begegnet? Warum sind Sie ihm nicht auf den Fersen geblieben? Bin ich ja, Holmes, aber ich konnte beim besten Willen nicht dorthin folgen, wohin er gegangen ist Wohin denn? Ins Meer, antwortete Watson Er hat sich vor meinen Augen den Tod gegeben Er hat sich ins Meer gestürzt Sehr gut, versetzte Holmes, indem er Watson lächelnd die Wangen klopfte Sie glauben auch, wenn einer eine Tabakspfeife zeigte, müsste es etwas zum Rauchen sein? Ins Meer gestürzt hat sich der Bursche wohl, das glaube ich Aber sich den Tod gegeben? Nein, Watson Der Mörder Lord Frederick Woodwilfs ist ein guter Schwimmer Und schwimmend ist er uns entkommen Für den Moment wollen wir hoffen Kommen Sie mit nach Hause, Watson Siebtes Kapitel Die Verhaftung Ich komme, mein Herr, mich bei Ihnen zu entschuldigen Es ist sonst nicht meine Gewohnheit, das geistige Gleichgewicht zu verlieren Aber in diesem Falle habe ich mich hinreißen lassen, das zu sagen, was ich lieber nur hätte denken sollen Mit diesen Worten trat Holmes eine halbe Stunde später in das Arbeitszimmer des Polizeipräfekten von Monte Carlo Der hohe Beamte, der vor seinem Schreibtische saß, blickte ziemlich verdrießlich auf den Mann, der sich durchaus nicht hatte abweisen lassen und sich den Eintritt in sein Kabinett förmlich erzwungen hatte Mein Herr, antwortete der Polizeipräfekt, dass Sie sich in meine Amtshandlung eingemischt haben und eine seltsame Kritik gefällt, dafür sollte ich Sie eigentlich mit einer Strafe belegen, aber ich verzeihe Ihnen Dass Sie aber jetzt noch mitten in der Nacht herkommen, um mich zu stören, und zwar in einer sehr wichtigen Arbeit, das finde ich unverzeihlich Es ist meine Pflicht, zu Ihnen zu kommen, Herr Polizeipräfekt, antwortete Holmes Denn wir beide sind von demselben Wunsche durchdrungen, Sie und ich Sie wollen den Mörder Lord Woodwilfs entdecken und ich auch Den Mörder Lord Woodwilfs? Der ist bereits entdeckt, gab der Polizeipräfekt zur Antwort Und wenn Sie, was ich glaube, einer von den neugierigen Journalisten sind, die man niemals los wird, so sage ich Ihnen, dass der Mörder Lord Woodwilfs sich bereits in unseren Händen befindet Oder vielmehr die Mörderin, wenn ich Ihnen das alles sagen will Niemand anders als Miss Nancy Elliot, die Geliebte des Lords, hat ihn getötet Die arme Miss Elliot, antwortete Holmes vollkommen ruhig Es gibt auf der ganzen Welt kein Geschöpf, das den Tod des Lords mehr betrauert als Sie Ich bedauere, mein Herr, mich mit Ihnen nicht in eine Kontroverse einlassen zu können Und deshalb möchte ich Wollen Sie mir nicht wenigstens gestatten, Ihnen meinen Namen zu nennen? Ich heiße Sherlock Holmes Sherlock Holmes, der berühmte englische Detektiv? Das ist etwas anderes, gestatten Sie, dass ich Ihnen die Hand drücke, bitte nehmen Sie Platz Ich bin sehr erfreut, Sie kennenzulernen, Herr Polizeipräfekt, sagte Holmes, den Händedruck herzlich erwidert Und nun brauche ich Ihnen erst nicht zu erklären, dass ich eigens zur Entwirrung dieses kriminalistischen Rätsels nach Monte Carlo gekommen bin Ich füge noch hinzu, dass Lord Frederick Woodwil mein Freund gewesen ist Und dass mir viel daran gelegen ist, den Mörder dingfest zu machen Nun, dann können Sie wieder abreisen, Mr. Holmes, antwortete der Polizeipräfekt mit vielsagendem Lächeln Und die Gewissheit mitnehmen, dass das an Ihrem Freunde verübte Verbrechen gesühnt werden wird Miss Nancy Elliott ist vollkommen unschuldig Ich bürge Ihnen dafür, Herr Polizeipräfekt Sie bürgen mir dafür? Wenn mir das nicht Sherlock Holmes sagt, würde ich lachen Es ist leider keine Veranlassung zum Lachen da, sagte Holmes Denn der Mörder ist Ihnen in dem Moment entkommen, in welchem Sie nur Hand an ihn zu legen brauchten Es war der Mann, der sich in Begleitung Miss Elliott befand Das war vielleicht Ihr Helfershelfer, aber der intellektuelle Urheber des Mordes ist das Weib Das Weib keineswegs Haben Sie die Güter, Miss Elliott rufen zu lassen und sie zu hören Ich will Ihnen aber schon im Voraus sagen, was sie uns berichten wird Hat sie Ihnen etwa Angaben gemacht, Mr. Holmes, über die Persönlichkeit des Mannes, mit dem wir Sie im Rundell des Parkes angetroffen haben? Ganz und gar nicht, aber ich weiß, dass der Mann, in dessen Gesellschaft Sie Miss Elliott überraschten, ihr Bruder ist Ich weiß feiner, dass der Bruder Miss Elliott soeben aus einem Zuchthause gekommen ist Und zwar wahrscheinlich aus einem französischen Zuchthause Ich weiß endlich, dass dieser verkommene Mensch Miss Elliott mit Geldforderungen behelligt hat Und dass sie bestrebt war, ihn so schnell als möglich aus ihrer Nähe fortzubringen Was angesichts der Vergangenheit eines solchen Subjekts selbst einer Schwester nicht übel zu nehmen ist Woher wissen Sie das alles? Folgerungen und Schlüsse, Herr Polizeipräfekt Dass die beiden Bruder und Schwester sind, hat mir ihre Ähnlichkeit verraten Dass der Mann aus einem Pariser Zuchthaus gekommen ist, habe ich an seiner Aussprache des Französischen gehört Denn er kennt eine Menge Wörter, die man nur in Patinol, der verrufenden Vorstadt Paris, hört Offenbar war der Mensch mit Pariser Verbrechern im Zuchthause zusammen Und hat sich ihr Rotwelsch dort angewöhnt Wenigsten sich ihrer Phrasen angeeignet, die dem Pariser Verbrecher ganz eigentümlich sind Dass der Mann Geldforderungen an Miss Elliott gestellt hat, das habe ich mit meinen eigenen Ohren gehört Denn ich habe ihr ganzes Gespräch im Rodell belauscht Und nun? Herr Polizeipräfekt, haben Sie die Güte, Miss Elliott sofort aus ihrem Gefängnis holen zu lassen Und unter meiner Bürgschaft auf freiem Fuß zu setzen Das ist leider nicht möglich, Mr. Holmes Sagte der Polizeipräfekt Da Miss Elliott in einer tiefen Ohnmacht liegt Und der Gefängnisarzt, den wir sofort rufen ließen Jedes Verhör mit ihr auf das strengste verboten hat Hm, das ist traurig Aber in diesem Falle nützt das natürlich nichts Dann muss Miss Elliott, bis sie wieder erwacht und transportfähig ist Unter ihrer Obhut bleiben Ich hoffe, Herr Polizeipräfekt, dass Sie der Dame die mildeste Behandlung angedeihen lassen Jetzt, nachdem ich sie gehört habe, Mr. Holmes Entgegnete der Polizeipräfekt Bin ich Miss Elliott gegenüber zu jeder Genugtuung bereit Denn ich glaube und weiß, dass Sherlock Holmes niemals irrt Leider nur zu oft, gab Holmes bescheiden zur Antwort Und im Übrigen, wenn ich auch auf guter Fährte bin Kann mir das Wild immer noch entwischen Das ist gerade im vorliegenden Fall geschehen Ich bin nämlich der Meinung, Herr Polizeipräfekt Dass der Bruder Miss Elliott wirklich der Mörder des Lords ist Aber ohne, dass seine Schwester davon eine Ahnung hatte Wie wollen Sie diese Behauptung beweisen, Mr. Holmes? Für diese Behauptung habe ich allerdings vorläufig nur einige Beweise Welche erst halb und halb genügen Ich stand dabei, als der Mann 35.000 Francs In Scheinen an der Spielbank verausgabte 35.000 Francs aber sind dem Lord Woodville gestohlen worden Nachdem er sie einige Stunden vorher an der Spielbank gewonnen hatte Ah, das ist schon ein ziemlich starker Beweis für die Schuld des Burschen Dann hatte er an der linken Hand, wie ich beobachtete, eine Risswunde Fuhr Holmes fort Wo kann er sich dieselbe zugefügt haben? Bei einer ungewohnten Arbeit, die er im Hotel de Paris verrichtet hat Er hat sich nämlich dort als Telefonarbeiter eingeführt Er hat eine Stunde lang dort in der Telefonzelle gearbeitet Er hat die Decke derselben durchbrochen und ist auf diesem Wege in das Toilettzimmer Miss Elliotts hinaufgestiegen Von da führt eine Tapetentür in die Gemälde des Lords Wenn der Mörder seine Stiefel abgestreift hatte, konnte er leise auf den Socken den Salon durchschreiten In das Arbeitszimmer Woodvilles hineingelangen, da nur eine Tür dieses Zimmer, die nach dem Korridorführende, verschlossen war So ist der Elende hinter dem Sessel am Schreibtisch gelangt und hat dem Lord von rückwärts den Dolch in das Herz gestoßen Und das alles haben Sie schon herausgefunden, Mr. Holmes? Ach, da haben Sie wieder einmal bewiesen, dass Sie ein Meister und wir Stümper sind Es war ziemlich leicht, Herr Polizeipräfekt Und dann wissen Sie, wir haben in unserem Geschäft auch gewöhnlich Glück Sagen wir also, ich war vom Glück begünstigt Sie sind außerordentlich bescheiden, Mr. Holmes Holmes ließ vergnügt seine Finger knacken Ich habe vorläufig noch guten Grund, in dieser Angelegenheit bescheiden zu sein Ich kenne zwar den Mörder, aber ich habe ihn noch nicht Doch ich hoffe, ihn noch heute Nacht zu verhaften Wo ist der Mann geblieben, als wir ihn im Park aufstöberten? Vorläufig hat er sich in das Meer gestürzt In das Meer gestürzt? Dann ist er trunken Aber leibe nicht, das hatte der Mann gar nicht nötig Wenn er nur ein passabler Schwimmer war So ist er an einer anderen Stelle vielleicht schon nach wenigen Minuten An das Land gestiegen und hat seinen Weg fortgesetzt Aber gerade darin liegt unsere Chance, ihn heute Nacht noch dingfest machen zu können, Herr Polizeipräfekt Der Mann kann sich unbedingt nicht in seinen nassen Kleidern in sein Hotel zurückgetrauen Und müsste annehmen, dass die Kleider ihn verraten würden Er muss sich irgendwo verborgen halten, wo er ein ganz sicheres Asyl zu haben glaubt Aber wo könnte das sein? Forschte der Polizeipräfekt kopfschüttelnd Ich will es Ihnen sagen In der Kammer der Mary Tillon Des Stubenmädchens im Hotel de Paris Ah, das ist das Mädchen, welches das Dolchmesser, die Uhr und die Krawattennadel in der Kammer des Kellners gefunden hat Gefunden haben will, Herr Polizeipräfekt Die Person ist an dem Verbrechen beteiligt und hat mit ihrer Angabe absichtlich den Verdacht auf einen Unschuldigen lenken wollen Hierbei hat sie noch eine kleine Privatsache befriedigt Denn sie hatte früher mit dem Kellner Baptiste ein Verhältnis und dieser hat es einseitig gelöst In diesem Falle scheint mir Ihre Kombination doch zu weit zu gehen, Mr. Holmes Warnte der Polizeipräfekt ein Durchaus nicht, Herr Polizeipräfekt Ich will sofort sagen, worauf ich meine Vermutung basiere Ich sagte Ihnen, dass der Mörder als Telefonarbeiter nach dem Hotel de Paris gekommen Dass er von der Telefonzelle aus in das Stockwerk hinaufgestiegen ist Wollen Sie die Güte haben, Herr Polizeipräfekt, mir zu erklären, woher denn der Mann die Lokalitäten so genau kannte Um zu wissen, dass über der Telefonzelle das Toilettzimmer der Miss Elliot liege? Vielleicht hat es ihm seine Schwester selbst gesagt Das ist ausgeschlossen Ebenso, dass er jemals die Gemächer Miss Elliotts betreten hat Von dieser Seite kam ihm seine Wissenschaft nicht Mary Tillon hat es ihm verraten, die seit zwei Jahren im Hotel de Paris bedienstet ist Und die Räume und deren Lage im Hause ganz genau kannte Auf welche Weise soll er mit Mary Tillon zusammengekommen sein? Warf der Polizeipräfekt ein Da haben wir scheinbar eine Lücke Erwiderte Herr Holmes Aber auch nur scheinbar Geben Sie Acht, Herr Polizeipräfekt Es wird sich Folgendes herausstellen Miss Elliot musste einen Boten haben Den sie hin und wieder mit Briefen und Geldsendungen an ihren Bruder schickte Wen braucht eine Dame für solche diskrete Dienste anders als nur ihr Kammermädchen? Da nun Miss Elliot keine Zofe nach Monte Carlo mitgebracht hat So hat sie sich der Dienste Mary Tillons versichert Ebenso wie der Lord den armen Baptiste Tilia als seine professorischen Diener anstellte Mary Tillon ist also mit den Briefen zu dem Bruder Nancys gekommen Er hat durchschaut, dass der diese Mädchen für seine Zwecke benutzen könnte Hat eine Liebschaft mit ihr angefangen und ihr schließlich mitgeteilt Dass er den Lord berauben wolle Um dann mit ihr nach Amerika zu entfliegen Auf diesen schlechten Handel hat Mary Tillon sich eingelassen Sie wird dafür ihre Strafe empfangen müssen Obwohl auch sie eigentlich die Betrogen ist Denn sie glaubte, es handele sich bei ihrem Geliebten nur darum Den Lord zu bestehlen Während der Mörder mit dem festen Auftrage Frederick Woodville zu ermorden nach Monte Carlo gekommen ist Ah, das ist ja wieder etwas ganz Neues Was sie jetzt vorbringen, Mr. Holmes Er sollte den Mord in irgendjemandes Auftrage vollbracht haben? Ganz gewiss Gab Holmes ernst und mit der Gewissheit Dies aus dem Munde des Mörders selbst noch erfahren zu werden Wer ihm diesen Auftrag gegeben hat Dass er den Lord noch obendrein beraubte Hat er nur getan, um sein Einkommen aus dem Verbrechen zu erhöhen Nach der Bluttat ist der Mörder dann geflüchtet In der Telefonzelle hat er das ihnen bekannte Gespräch Mit dem Direktor des Hotels geführt Und traf dann mit Mary Tillon zusammen Dieser hat er den blutigen Dolch und die geraubten Preziosen gegeben Um diese Beweise seiner Schuld vorläufig zu beseitigen Er hat sich nur das wahre Geld behalten Die 35.000 Frans, die er dem Lord gestohlen hatte Ich glaube, Herr Polizeipräfekt Ich habe Ihnen jetzt eine Beweiskette gezeigt In der kein Glied fehlt Kein Glied, Mr. Holmes Rief der Polizeipräfekt sich erhebend Und mit einer Verbeugung dem Detektiv die Hand reichend Und ich stehe nicht an, in das Urteil der ganzen Welt mit einzustimmen Welches lautet Sherlock Holmes ist der größte Detektiv unserer Zeit Ich danke bestens, versetzte Holmes lachend Jetzt aber werden wir so schnell wie möglich ans Werk gehen müssen Haben Sie die Güte, Herr Polizeipräfekt Und geben Sie mir vier von Ihren Detektivs mit Die den Burschen in Empfang nehmen sollen Der Polizeipräfekt erteilte sogleich die nötigen Befehle Und wenige Minuten später verließ Holmes mit seinen Begleitern Das Palais der Polizei Und schritt mit ihnen dem Hotel de Paris zu Wir müssen sehr vorsichtig zu Werke gehen Sagte Holmes Denn ich muss ihn unbedingt lebendig in meine Hände bekommen Und wenn wir ihn nicht überraschen So steht zu befürchten, dass er Selbstmord verübt Und da das Gerücht von der Verhaftung Miss Elliot Noch nicht in das Hotel eingedrungen sein kann So denke ich Wird sich die Geschichte ziemlich leicht erledigen Sie betraten das Hotel Holmes verständigte den Direktor Der noch an seinem Schreibtische saß Mit einigen Worten von dem Vorgefallenen Und bat ihn dann Sich mit ihm in die Gemächer Miss Elliot zu begeben Die vier Detektivs blieben indes am Fuße der Treppe stehen Was wollen Sie jetzt tun, Mr. Holmes? Fragte der Direktor, als der Detektiv mit ihm den Salon Nenses betrat Vor allen Dingen im Schlafzimmer Licht machen Antwortete der Detektiv Dann haben Sie die Güte hier zu bleiben, Herr Direktor Und durch die elektrische Glocke das Zimmermädchen herbeizurufen Betritt sie dieses Zimmer, so sagen sie ihr Miss Elliot sei plötzlich schwer erkrankt Und sie solle sich zu ihrem Lager begeben Glücklicherweise hat Mary Tellen heute Nacht Dienst Antwortete der Direktor Sonst würde sie auf das Glockenzeichen nicht kommen Holmes hörte diese Worte kaum noch Denn er war hinter der Tür des Schlafzimmers verschwunden Der Direktor drückte zweimal auf den Knopf der elektrischen Glocke Es dauerte ziemlich lange, bis an der Tür geklopft wurde Der Direktor rief Herein? Die Tür öffnete sich und Mary Tellen trat ein Sie war völlig angekleidet und war nicht wenig erstaunt Den Direktor hier anzutreffen Verzeihen Sie, stieß Mary hervor Aber ich glaubte, Miss Elliot hätte mich gerufen Miss Elliot ist schwer erkrankt Entgegnete der Direktor Ich fürchte das Schlimmste Sie müssen heute Nacht an Ihrem Bette wachen Begeben Sie sich in das Schlafzimmer der Dame Oh mein Gott, klagte Mary Miss Elliot ist eine so liebe Dame Es wäre schrecklich, wenn auch sie Gewiss will ich alles tun für die Kranke, was in meinen Kräften steht Aber hat man schon den Arzt geholt? Er ist bereits drinnen Antwortete der Direktor Mary allte an ihm vorüber, öffnete die Tür und trat schnell ein Im nächsten Augenblick klappte die Tür hinter ihr in das Schloss Und das Stubenmädchen sah sich Sherlock Holmes gegenüber Was ist das? Stieß Mary betroffen hervor Mr. Smith, wie kommen Sie hierher? Ich bin der Arzt, den man gerufen hat Antwortete Holmes lächelnd Aber nicht zu Miss Elliot, die sich gar nicht hier befindet Hat man mich gerufen, sondern zu Ihnen, Mary Tillon Und wenn Sie nur halbwegs ein kluges Mädchen sind Sie werden ja hoffentlich unserer Landsmannschaft in dieser Beziehung nicht Schande machen So werden Sie dem Manne, der das Schlimmste von Ihnen abwenden will, ein wenig entgegenkommen Ich verstehe Sie nicht, presste das Mädchen da bleichend hervor Ihre Worte sind so seltsam, Mr. Smith Nennen Sie mich nicht Smith, nennen Sie mich ruhig Sherlock Holmes Ich bin der Detektiv Mary zuckte zusammen, als wenn der Blitz in sie hineingefahren wäre Dann begann sie am ganzen Körper heftig zu zittern und brach in einem Sessel nieder Umso besser, sagte Holmes, setzen wir uns Und nun, mein liebes Kind, wer befindet sich in Ihrer Kammer? Leugnen Sie nicht, ein Mann befindet sich in Ihrer Kammer Er ist mit sehr nassen Kleidern zu Ihnen gekommen Sehen Sie, man muss vorsichtig sein Sie hätten sich nicht von ihm umarmen lassen sollen Hier ist noch ein nasser Fleck auf Ihrer Schürze Oh mein Gott, welche Schande, jammerte Mary Man hat mich immer für anständig gehalten und jetzt Was wird der Herr Direktor sagen, wenn er hört, dass ich einen Mann in meine Kammer eingelassen habe? Ach, wenn es sich nur darum handelte, versetzte Holmes So wäre der Direktor wahrscheinlich nicht ein solcher Unmensch und würde ein Auge zudrücken Aber Sie wissen ganz gut, wer dieser Mann ist Wer er ist? Der Telefonarbeiter, der die Decke des Telefonzimmers durchbrochen hat Und dann in das Toilettzimmer Miss Eliots hinaufgestiegen ist Mein Herr, ich schwöre Ihnen, ich weiß Alles Unterbrach sie Holmes mit scharfer Stimme Und wenn Sie länger leugnen, werde ich Ihnen Fesseln anlegen und Sie sofort in das Gefängnis transportieren lassen Also Heraussetzt mit der Sprache Was hat Ihnen der Mörder Lord Frederick Woodwilfs anvertraut? Weshalb wollte er den Mord begehen? Mary begann krampfhaft zu schluchzen Der Detektiv, der bisher an der Stelle gestanden hatte, trat vor sie hin und rief ihr zu Gestehen Sie Unglücklicher, das allein kann Ihre Strafe mildern Mary Tillen gestand Sie sagte genau dasselbe, was Holmes dem Polizeipräfekten prophetisch vorausgesagt hatte Miss Eliott habe sie als Botin zwischen sich und diesem Fremden verwendet Sie habe Briefe und kleinere Summen Geldes zu ihm gebracht Der Mann habe ihr gefallen und Als er ihr den Antrag machte, mit ihm ein Liebesverhältnis einzugehen, habe sie Ja und Amen dazu gesagt Später habe er ihr eröffnet, dass er mit ihr entfliehen wolle, aber nicht die Mittel dazu besitze Da sie heftig in ihm verliebt gewesen sei, habe er sie in seinen Plan eingeweiht Sie habe ihm mitgeteilt, dass man vom Telefonzimmer aus, wenn man die Holzdecke abheben könnte, in das Toilettzimmer Miss Eliott gelangen müsse Und so sei der Mann, der sich ihr gegenüber Emily Berlioz genannt hätte, in die Gemächer des Lords gelangt Aber ich schwöre Ihnen, Mr. Holmes, rief das Mädchen wimmernd, ich wusste nicht, dass er ihn ermorden würde Das glaube ich Ihnen, antwortete der Detektiv Und das wird Ihnen wahrscheinlich auch das Gericht glauben Erbärmlich schlecht war es aber von Ihnen, dass Sie den Verdacht auf den armen Baptist lenken wollten Das war nur eine momentane Eingebung Ich hasste Baptist, weil er sein Spiel mit mir getrieben hatte Herr Direktor, rief Holmes, haben Sie die Güte und holen Sie jetzt die Detektivs herauf Dann führen Sie mich und zwei von den Leuten nach der Kammer des Mädchens Bald befand sich Holmes mit dem Direktor und zwei Detektivs auf dem Wege über die Treppe in das oberste Stockwerk des Hotels Während die beiden anderen Polizeiagenten Mary Tillon bewachten Dort ist die Tür, flüsterte der Direktor, sie ist jedenfalls verschlossen Sie wird geöffnet werden, gab ihm Holmes ebenso leise zur Antwort Ihre Revolver bereit, meine Herren? Wir haben es mit einem schweren Jungen zu tun Damit zog der Direktor seinen eigenen Revolver aus der Tasche und machte ihn schussfertig Er klopfte an die Tür Mary, Mary, bist du es? rief es von drinnen Mach auf, Emily, antwortete Holmes, indem er eine Frauenstimme täuschend ähnlich nachahmte Mach auf, ich bin's, mein Schatz Von innen wurde ein Riegel zurückgeschoben, dann öffnete sich die Tür Keinen Schritt, Bursche, oder dein Körper ist von Kugeln durchsiebt Donnerte Holmes dem hochgewachsenen Manne zu, der zum Trocknen seinen nassen Mantel, Rock und Hose am Sessel aufgehängt hatte Du siehst, dass du in unseren Händen bist, er gibt dich Denn ich verhafte dich als den Mörder Lord Frederick Woodwilfs Der Überlistete knirschte mit den Zähnen, rollte mit den Augen, aber er gab sich in sein Schicksal Er konnte auch wirklich nichts anderes tun, denn schon hatten die Detektivs ihn gepackt Und Holmes presste ihm mit einem paar soliden englischen Stahlfesseln die Hände so aneinander, dass es ihn nicht mehr rühren konnte Und jetzt, meine Herren, wandte sich Holmes an den Direktor und die beiden Detektivs Haben Sie die Güte, mich mit diesem Herrn einige Minuten alleine zu lassen Den Mörder haben wir, aber noch nicht seinen Auftraggeber Eine kurze Unterredung unter vier Augen zwischen ihm und mir, und wir werden alles wissen Der Direktor und seine Begleiter zogen sich zurück Holmes war mit dem Verbrecher allein Bitte, nehmen Sie Platz, sagte er verbindlich, indem er einen Sessel herbeiholte Wir beide werden ein wenig miteinander plaudern Mit dem Morgenschnellzug, der Monte Carlo verließ, reisten Holmes und Watson ab Ihr Reiseziel war, wie ihre Beläts sagten, Paris Vorher hatte Holmes noch eine Unterredung mit Nancy gehabt, die er mit Gewalt davon abhalten musste, ihm die Hand zu küssen Sie nannte ihn ihren Retter, ihren Schutzengel Auch der arme Baptiste Ilyar wurde am selben Morgen in Freiheit gesetzt Er erhielt sowohl von Nancy als auch von dem Hoteldirektor ein namhaftes Geldgeschenk Und wurde im Hotel de Paris wieder in Ehren aufgenommen Von einem amseligen Vorstadthaus in Paris hielt ein eleganter Wagen Der Schlag wurde von innen geöffnet und ein hochgewachsener, sehr elegant gekleideter Herr sprang heraus Man sah ihm sofort den Aristokraten an und ein Menschenkenner hätte in ihm einen Engländer erkannt John, warnte er sich an seinen Diener, einen feisten Kutscher mit einem Bulldogngesicht Fahre die Pferde ein wenig auf und nieder, aber nicht in dieser Gasse, sondern dort auf dem Boulevard der Vorstadt Ich dürfte etwa eine Viertelstunde in Anspruch genommen sein und werde dich dann aufsuchen Der Kutscher lüftete steif den Hut und der Wagen entfernte sich Während der vornehme Herr an die Haustür trat und kopfschüttelnd ein kleines, armseliges, metallenes Schild musterte Auf dem die Worte standen, Pierre Garnache, Advokat Unbegreiflich, stieß der englische Aristokrat hervor Was mag denn der Mann von mir wollen? Sein Schreiben war so dringend und in einem so rätselhaften Ton gehalten Nun, wir werden zugleich sehen Er zog die Klingel und bald darauf wurde die Tür durch einen Mann geöffnet, der offenbar der Advokaten Schreiber war Sein Anzug hätte besser sein können und er machte ein Gesicht, als wenn er beständig heftigen Hunger spürte Maitre Garnache zu Hause? fragte der vornehme Herr in den Hausflur tretend Er ist in seinem Büro Bringen Sie ihm meine Karte Aber kaum hatte der Advokaten Schreiber einen Blick auf die Karte geworfen, als er ausrief Ah, Baronet Rudiard Biscon, Maitre Garnache, wartet Sie, haben Sie die Güte mir zu folgen? Über eine alte gebrechliche Holztreppe führte der Mann den Fremden hinauf ins obere Stockwerk Baronet Biscon vermied es, seine Hand mit dem schmutzigen Geländer der Treppe in Berührung zu bringen Denn er fürchtete, seine gelben Glacier-Handschuhe zu verderben Treten Sie ein, mein Herr, sagte der Schreiber und öffnete dienstfertig die Tür In einem Gemache, welches, wie es schien, zugleich Schlafzimmer und Büro war Denn in einer Ecke gewahrte der vornehme Herr hinter einer zerrissenen spanischen Wand ein armseliges Bett saß an einem wurmstichigen Schreibtisch ein, wie es schien, in sich zusammengesunkener Mann mit einem echten verkniffenen Advokatengesicht Runzeln bedeckten das Gesicht Und unter dem schwarzen Samtkäppchen, das er trug, stahlen sich spärliche graue Haare hervor Das Männchen hatte einen sehr fadenscheinigen schwarzen Rock an Schützte den rechten Ärmel desselben, aber trotzdem noch durch einen von Fett und Tintenflecken starrenden Schreibärmel Sie sind Maitre Ganache, fragte der Baronet mit fast verächtlichen Blicken Zu Diensten, antwortete das Männchen, während er eine tiefe Verbeugung machte Maitre Ganache, Advokat Sie haben mir geschrieben, fuhr der Baronet fort Und zwar in so seltsamer Weise, dass ich mich veranlasst gesehen habe, ihrer Einladung zu folgen Wollen euer Gnaden nicht die Güte haben, sich zu setzen, sagte Maitre Ganache mit knarrender Stimme Schreiber, wirf diese Akten vom Sessel, wisch den Staub ab und rücke ihn seiner Herrlichkeit zurecht Dann entferne dich Nachdem dies geschehen war, befanden sich Maitre Ganache und der vornehme Besucher endlich allein Sie haben, fuhr der Baronet fort, einen Brief aus der Tasche ziehend Mir geschrieben, dass sie mich in einer sehr wichtigen Angelegenheit sprechen müssten Sie behaupten, dass sie in den Besitz von Papieren gelangt seien, durch welche sie mir sehr unangenehm werden könnten Es ist also, wie ich merke, auf eine Erpressung abgesehen Euer Gnaden wählen eine sehr unliebsame Bezeichnung für die Verhandlungen, die wir miteinander zu führen haben, versetzte der Advokat Also dann kurz heraus, um was für Papiere handelt er sich? Um jene Papiere, antwortete Ganache mit scharfer knarrender Stimme, während er die Blicke seiner grauen Augen fest auf das Antlitz des Baronet richtete Welche den Tod Lord Frederick Woodwills herbeigeführt haben? Baronet Bicron fuhr von seinem Sessel empor und trat dicht an den Schreibtisch des kleinen Advokaten Was wissen Sie von dem Tod der Lord Woodwills? Rief er Welche Papiere können Sie besitzen, die darauf Bezug hätten? Es ist nicht wahr, was Sie sagen Sie lügen Leugnen Sie, Lord Frederick Woodwills gekannt zu haben? Fragte Ganache Wie könnte ich das denn leugnen? Lord Woodwills war mein Freund Das heißt, bis vor zwei Jahren Dann veruneinigten wir uns wegen einer Kleinigkeit Wegen einer Kleinigkeit, fragte der Advokat lauernd Nun, so geringfügig dürfte wohl nicht der Anlass Ihres Freundschaftsbesuches gewesen sein Denn von dieser Zeit an, Herr Baronet, waren Sie ja beständig darauf bedacht, Lord Woodwills aus dem Wege zu räumen Wer behauptet denn das? Stieß der Baronet mit heiserer Stimme hervor Wer? Erstens die Papiere, die ich in den Händen habe Zweitens der Zuchthäusler, den sie gedungen haben Lord Woodwills zu ermorden Und dem es leider nur zu gut gelungen ist, seinen Auftrag auszuführen Und drittens Der Baronet sank förmlich zusammen Ein düsterer Schatten flog über sein Gesicht Für einen Moment schimmerten seine Augen feucht Aber er drängte die Tränen mit Gewalt zurück Ich habe genug gehört Rang es sich über seine Lippen Ich weiß, dass ich mich in ihren Händen befinde Ich weiß auch, welche Papiere es sind Durch welche Sie mich zur Zahlung einer Summe zwingen wollen Es sind die unglückseligen Briefe meiner Frau Maitre Ganache knackte mit seinen mageren Händen Rückte das Samtkäppchen von einer Seite des Kopfes auf die andere und antwortete Sie vermuten ganz recht, Herr Baronet Es sind Briefe Ihrer Frau Gemahlin Welche die Unglückselige an Lord Woodwill geschrieben hat Stieß der Baronet hervor Ah, es war mir nicht möglich, diese Briefe von ihm zu bekommen Diese Briefe, welche jetzt noch meine Ehre vernichten Obwohl das Äußerste geschehen Obwohl Lord Woodwill von Mörderhand hinweg gerafft wurde Von einer Mörderhand, welche Sie geleitet haben, my Lord Quälen Sie mich nicht, Maitre Ganache Prestete der Baronet hervor Wir beide werden einig werden Ich werde Ihnen die Briefe, die Sie haben Meine Frau hat mir gestanden, dass es im Ganzen 17 sind Abkaufen Ich werde Ihnen für jeden Brief 1000 Frans zahlen Und ich werde Ihnen die Briefe nur unter einer Bedingung verkaufen Versetzte Ganache 1000 Frans? Ich könnte 1000 Pfund Sterling erpressen Aber ich will es nicht Ich begnüge mich mit dieser Summe Immer jedoch nur, wenn Sie mir offen und ehrlich eingestehen Weshalb Sie Lord Frederick Woodwill ermorden ließen Weshalb ich ihn ermorden ließ? Prestete der Baronet hervor Ich hatte ein gutes Recht dazu Sein Leben gehörte mir Es war mir verfallen Und jene Bluttat, die im Hotel de Paris in Monte Carlo geschehen ist, war kein Mord, sondern eine Hinrichtung Das Leben Lord Woodwills gehörte Ihnen, sagten Sie Nahm Mettrögen Nasch nach einer kleinen Pause das Wort Ich verstehe Ein amerikanisches Duell Ja, ein amerikanisches Duell Nachdem Sie Lord Frederick eines Tages bei Ihrer Frau überrascht haben Das haben Sie aus den Briefen ersehen Haha Ich stehe im Begriff, mich mit meiner Frau auszusöhnen und nach Australien auszuwandern Ich habe von Ihnen nichts mehr zu hören Versetzte Mettrögen Nasch Die Sache ist klar Ein Ehebruch im Hause des Baronet Biscount Lord Frederick Woodwill hat Gefallen an seines besten Freundes Weib gefunden Der Freund entdeckt die Schuldigen Ein amerikanisches Duell ist die Folge Der Unterliegende muss in einem bestimmten Zeitraum von der Welt verschwinden Der Unterliegende war Frederick Woodwill Er war es Unterbrach ihn der Baronet mit heißerer Stimme Er war es und doch war er zu feig, um sich zu töten Er hatte dafür eine Entschuldigung Versetzte Mettrögen Nasch mit eigentümlicher Stimme Die sogar einer gewissen Weichheit nicht entbehrte Er hatte indessen die wahre Liebe kennengelernt Er hatte Miss Nancy Elliot gefunden Zu der er sich aufrichtig hingezogen fühlte Um ihretwillen trat er sogar seine Ehren mit Füßen Und das Ehrenwort nicht ein, das ihr ihnen verpfändet hätte So ist das Mettrögen Nasch Und nun sagen sie selbst Hatte ich nicht ein gutes Recht ihn zu töten Da sein Leben verfallen war und er den Mut nicht aufbringen konnte Es selber zu tun Zwischen uns beiden war außerdem Bevor das amerikanische Duell durch eine Partie Pickett ausgemacht hätte Der Sieger das Recht haben sollte Ihn auf offener Straße niederzuschießen Oder aber ihn auf irgendeine andere Weise umzubringen Und das haben Sie redlich versucht, Herr Baronet Versetzte Garnasch Während ein Lächeln seine Lippen umspielte Zuerst in Indien Dann in der Regent Street in London Dann im Coupé der Schnellzuges in Paris Dann durch eine Feuerbrunst Die Sie im Woodville-Haus anlegen ließen Und nachdem dies alles fehlgeschlagen war Kam die große Katastrophe von Monte Carlo Ist das nicht so, Baronet? Warum sollte ich das leugnen? Es ist so Und Mettrögen Nasch Sie überraschen mich nicht mit dieser Mitteilung Im Übrigen können Sie alles wissen Denn Sie werden mich nicht verraten Sie werden mir die Briefe verkaufen Ein gutes Geschäft gemacht haben Und dann nun, mein Herr Geben Sie mir die Briefe Ich habe mich mit Geld versehen Und will Ihnen die 17.000 Fr. sogleich auszahlen Morgen befinde ich mich auf dem Wege nach Sydney In diesem Moment nahm der kleine Advokat Sein Samtkäppchen ab Und legte es vor sich nieder Dann seinen Kahlkopf, der eine Perücke war Und plötzlich richtete er sich vom Sessel auf Und siehe da Seine kleine Gestalt wuchs und wuchs Bis ein schlanker, hagerer Mann Mit kühnem Gesicht und klugen, rätselhaften Augen Vor dem zurücktaumelnden Baronet stand Eine Verkleidung! Schrie der englische Edelmann auf Und machte Mina zur Tür zu flüchten Man hat mich getäuscht Hintergangen Geben Sie sich keine Mühe, Baronet Durch diese Tür zu entfliehen Antwortete die ruhige Stimme des langen, hageren Mannes Die Tür ist von außen verschlossen Und sie wird sich nur mit meinem Willen für Sie auftun Ich bin Sherlock Holmes, der Detektiv Und nun werden Sie wissen, was Sie zu tun haben Das elende Werkzeug, das Sie aussandten, Lord Woodville zu töten Befindet sich seit zwei Tagen in den Händen der Justiz von Monte Carlo Nachdem es mir gelungen war, den ganzen Mordplan zu enthüllen Doch fürchten Sie nichts unglücklicher Ich habe nicht die Absicht, Sie ins Zuchthaus oder auf die Guillotine zu bringen Sie werden selbst den Weg kennen, den Sie gehen müssen Der Baronet stand wie zu steiner Start da Seine Zügen waren erschlafft Jeder Blutstropfen aus seinem Gesicht verschwunden Also alles, alles am Tage, rief er Alles, es fehlte nur noch ein Schlussstein Und den habe ich jetzt von Ihnen erhalten Das amerikanische Duell Und nun hören Sie mich an, Baronet Und prägen Sie sich jedes meiner Worte scharf ein Es ist jetzt Holmes zog die Uhr hervor und blickte auf das Zifferblatt derselben Genau 11 Uhr 20 Minuten vormittags Die Pariser Kriminalpolizei, die von Monte Carlo benachrichtet worden ist Wird Sie um 2 Uhr nachmittags verhaften Sie haben also genau 2 Stunden 40 Minuten Zeit, in der Sie Ihre Reise antreten können Meine Reise nach Australien? Rang es sich über die Lippen des Baronets Sie wollten mich wirklich entfliehen lassen? Ich habe nichts von Australien gesagt Ich sagte einfach Ihre Reise Ich kann Ihnen nicht verhehlen, dass Sie auf Schritt und Tritt von Detektivs bewacht werden Und zwar seit gestern Abend Baronet, ich habe die Ehre, mich Ihnen zu empfehlen Ich scheide von Ihnen mit der Überzeugung, dass Ihr unglücklicher Freund Woodville Der allerdings einen großen Teil der Schuld an allen diesen unglückseligen Verwicklungen trägt Bald gerecht sein wird Der Baron verbeugte sich tief und alter zur Tür Sherlock Holmes stieß einen kurzen Pfiff hervor Und die Tür wurde wie von Geisterhänden geöffnet Wenige Minuten später ging unten die Haustür Dann betrat der Advokatenschreiber, der natürlich kein anderer war als Watson Das Gemach des angeblichen Maitre Ganache Haben Sie soeben einen Todeskandidaten aus dem Hause hinausgehen sehen, Watson? Fragte Holmes So wie dieser Baronet Biscount sieht ein Mann aus, der nicht mehr über eine Stunde zu leben hat So gehen die Menschen zugrunde Die besten Freunde, einer hätte für den anderen ohne weiters sich ein Ohr oder eine Hand abhauen lassen Eines Tages begegnet sich ihr Interesse auf demselben Punkt Und da bricht die Freundschaft auseinander und sie reiben sich gegenseitig auf Watson, wir reisen heute noch nach London zurück Wir haben unsere Pflicht getan Auf dem Boulevard der Vorstadt stieg der Baronet Biscount in sein Coupé ein Und befahl dem Kutscher, ihn nach Hause zu fahren Als der Diener vor dem Portal des Hauses, welches der Baronet und seine junge, schöne Frau bewohnten Den Kutschschlag öffnete, fiel ihm die Leiche seines Herrn entgegen Der Baronet hatte sich während der Fahrt in seinem Coupé erschossen Niemand konnte sich erklären, weshalb der reiche, vornehme, scheinbar so glückliche Engländer den Selbstmord begangen hatte Noch weniger ahnte irgendein Mensch, dass der gewaltsame Tod des Baronet zusammenhing mit der Bluttat von Monte Carlo Und das war die Leiche, 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 die Le